Die Tenakt-Clan-Lande. Irgendwo da draußen sind drei von Gaias Unterfunktionen. Und wer weiß, was sonst noch. Wie hoch der Knie hier nachher liegt? Au. Ich hab Fiat gedrückt während dem Blackscreen und deswegen konnte ich meinen Gleiter nicht benutzen. Das war sehr gruselig für einen Moment. Ich will eigentlich die Seilrutsche da drüben benutzen. Okay, wir haben 3000 Meter zu wandern. Hallo Leute, die genau neben unserer Geheimbase wohnen. Das ist ein gutes Stück. Oh, da drüben ist irgendein Schweinchen. Feuer, Feuer, Donnerrücken, Areal. Ah ja. Ah ja, süß. Piggies. Ah, man kann hier einfach hochklettern. Dann ist ja easy. Ich glaub, das ist nicht der gewollte Weg, wenn ich hier gerade gehe, aber... Ich bin irgendwie hier drin. Oh. Ich möchte nicht hier drin sein. Ich möchte gar nicht hier drin sein. Ah ja. Okay, okay, okay. Saved. Ja, was will das Schweinchen da unten machen? Ist da überhaupt was auf dem Turm? Warte, ist da ja gar nichts drüben. Oder warte, 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 warte. So. Ah, doch, da ist eine Lootkiste. Ha. Uff, 30 Minuten Dialog. Ich weiß nicht, sowas im ersten Teil auch schon. Ich fand die richtig geil. Ich mochte den hier jetzt auch richtig. Und je weicher ihr seid, kann ich nichts dafür. Den nächsten Dialog ziehe ich eine Stunde. Ne, ich hab ja nichts gezogen. Das war ja einfach so ein Spiel so. Ja, guck mal, das sind sogar so Straßenschilder und sowas. Wir gehen halt jetzt in ein richtig cooles Gebiet. Wenn wir da ganz links an die Küste gehen. Das Land hier leidet auch unter der Plage. Aber wir werden es heilen können. Sobald Gaia stark genug ist, der fest ist einzufangen. Kann dieser Biber aufhören, mich anzugucken? Ich muss hier den Hirsch übernehmen. Jawohl. Äh. Renn doch, Eloy. Lauf. Ja. So ist fein. Okay. Auf dem Weg immer schön die Lagerfeuer mitnehmen. So, Lagerfeuer freigeschaltet. Let's go. Über die Autobahn. Wofür sie wohl die ganzen Maschinen eingesetzt haben. Heimat, Eloy unendlich fragen. Ich muss aufpassen, wo ich hintrete. Nur das Lagerfeuer. Nur das Lagerfeuer. Sehr schön. Und weiter. Guck mal, nicht auf die Karte. Warte noch auf das Unterwassergebiet aus dem Trailer. Ich denke, das wird da ganz am Rand sein. Wenn da der Pflanzen-Dude ist. Das war ja da alles so richtig überwuchert von schönen Pflanzen. Nur 2700 Meter. Da gibt es bestimmt allgemein richtig viele coole Gebiete. Da steckt einfach ein riesiger Turm im Boden. Da haben wir so eine riesige Banditen-Basis. Oh, die haben richtig viele Wände. Warte mal kurz, Pferdi. Keinen Schritt weiter. Die T-Nakt dulden keine Fremden in den Clan landen. Ich habe Transitrecht von Marschall Verscharf. Ich will nicht kämpfen. Haare wie Blut. Das ist die Kriegerin, die Grudda besiegt hat. Streiter der Verräterin Regala. Es obliegt nicht uns, sie zu töten. Du darfst eintreten. Aber benimm dich. Du wirst beobachtet. Ich werde dran denken. So. Schnellreisepunkt freigeschaltet. Auf Wiedersehen. Weiter nach dort. Wir haben eine sehr große Reise vor uns. Wie cool, dass wir es aussuchen durften. Oh, es freut mich. Neuer Nackenplatz Brennsperr. Klingt, es wären da Leute in Not. Eine Nora. Hey, hier drüben. Du, Nora. Kannst du uns mit diesen Stürmern helfen? Wie soll ich die Nora kämpfen? Ich stehe gegen die Stürmer. Das heißt nicht, dass du damit aufhören kannst. Okay. Aber die haben sogar einen Panzer rum. Naja. Bisschen guten Willen. Oh, die halten ja gar nichts aus. Okay, das wird lustig, die zu vermöbeln. Äh. Muss nur das Geweih einmal treffen. Unmöglich, den Hirsch zu besiegen. Munition leer. Munition voll. Gut. Ich sterbe ja durch meine normalen Pfeile schon einfach. Die Reise wird sehr lange dauern, wenn mich alles hier auf dem Weg aufhält. Ja, reparieren kann man sein Reitier. Was stand da mit Outfits gerade in der Mitte? Genau. Eine Modifikation. Sei immer auf der Hut. Kluges Kerlchen. Ihr seid wohl eine Tenak-Patrouille. Wie seid ihr mit den Stürmern aneinander geraten? Du musst unsere Fragen beantworten. Nicht wir, deine. Hatakto, sie hat gerade für uns gekämpft. Das macht sie nicht zur Verbindeten? Doch, das macht sie ziemlich genau dazu. Und diese Regala Eiferer reichen schon. Wir müssen uns nicht noch mit Nora Kriegerin anlegen. Reise Friese. Okay. Wenn Regala ihre Pflicht vergessen hat, warum bestrafen wir sie damit? Schön, wie die die ganze Zeit am Beefen sind. Ich liebe es, wie diese random Begegnungen einfach so viel Charakter haben, ne? Ist richtig cool. Aber so random Leute, die haben Streit-Beef. Dann so, oh Moment, wir sollten mal kurz aufhören zu Beefen, um mit dir zu reden und so. Yo, Headshot. Oder sowas. Keine Ahnung, wir haben mit dem Pferd gegen gerannt. Nochmal. So, wir haben noch 2000 Meter vor uns. Let's go. Keine Ahnung, wie wir da durch die Berge kommen, aber ich bin mir schon raus. Oh, guck mal, das sind die Schweine, die ich brauche. Wir sind also hier in der Wüste. Hier gibt's eben. Hier ist nur ein Schwarm. Ja, aber weiter. Wir stehen bleiben immer. Sorry, Gaia. Ich glaube, das ist der richtige Weg. Hoch geht's ja. Wenn's runter geht, dann kann ich irgendein Leiter springen, ne? Oh, warte. Nein, ich muss nicht runter. Was hat da so einen riesigen Schild? Oh, ich will den scannen. Unbekannte Maschine. Sonnenflügel. Den kann man nicht noch nicht scannen, der ist noch zu weit weg. Komm. Warte. Warte. Gerade wenn ich absteigen will, schafft er das, weißt du? Mobbing. Pferd. Ja. Sonnenflügel ist bestimmt die reine, absolute Hölle zu bekämpfen. Hat bestimmt auch stark gegen Plasmaschaden. Schwach gegen Löschwasser. Cool. Stufe 20. Ja, ich mache aber einen Drive-By. Ja. Oh, sogar Hasen gibt's hier. Ja, ja. Also hier gibt's dann echt alles. Flügel scheinen das Sonnenlicht einfangen zu können. Fliegt vermutlich auch schnell. Oh. Liegt auch schnell. Hallo Sonnenflügel. Tschüss Sonnenflügel. Warte, ob wir den schafft. Ne, ne. Ich kann nicht mit dem Tier, was ich jetzt sehe, kämpfen. Hier werden sehr viele coole Tiere kommen, glaube ich, auf den Weg. Und sehr viele Tiere werden überritten, wie es scheint. Aber nicht absichtlich. So, hier ist ein Lagerfeuer. Nehmen wir mit. Nice. Nehmen wir dieses Platschgeräusch, ne? Hallo? Oh, was sind da denn? Unbekanntes Verwüster-Areal. Aber die sehen nicht mehr aus wie normale Verwüster. Was ist das? Ein Rollrücken. Buhu. Ganz fortmittelschwer. Was haben wir hier? Oh, noch mehr Rollrücken. Und Lanzenhorn. Kommen wir mal weiter. Oh, nackt. Schau mal. Oh, schau mal, will mich noch nicht so umbringen. Ja, die ganzen Roboter hier in der Welt und so. Mal kurz zur Erklärung. Hat uns auch einer im Chat gerade erklärt. Äh, die waren ja dafür da, den Planeten zu terraformen. Aber durch hier Feistois und Hades, die irgendwie korrupt geworden sind. Zwei Unterprogramme von Gaia sind die ganzen Maschinen halt böse. Ja. Ist ein nettes Lager, ist ein böses Lager. Kann hier aber durchrennen. Himmels wacht. Hallo, was verkaufst du? Uh, ist ein Motz. Motz ist cool. Mir wird ja Stoß schaden. Kann ich mir einfach leisten. Eichhörnchen haut. Jo. Gegönnt. Merkzeuge, irgendwelche neuen Fall, die ich nicht kenne oder so. Nö. Ich biete dir einen ehrbaren Handel an. Dein Handel war ehrbar. Vielen Dank. Warum müssen wir die Welt terraformen? Äh, das weiß ich tatsächlich nicht mehr. Aber es gab irgendeinen Grund, warum halt die Erde irgendwie untergeht. Und deswegen Pläne dafür gemacht wurden, den Planeten zu exeku... äh, evakuieren. Exekutieren. Hehe. Und, äh, dieses System gebaut wurde. Globale Erwerbung, was weiß ich. Ein schräger Blick und ein Versänger liebt alles in Schutt und... Jo, was ist denn für so eine riesige Hyäne, die Feuer spuckt? Boah, ist der cool. Wir sehen halt so viele coole Viecher. Die Reise lohnt sich doch so sehr. Die werden mich später alles so fertig machen. Killerroboter... Ich glaube, durch Kriege und so... Gab so eine Killer-KI, die die Erde übernommen hat. Ja, dann wurde so eine Welt terraform... Also irgendwelche Roboter wollten alle Menschen töten. Und dann haben die Menschen aber halt so ein System erfunden, was die Erde wieder aufbaut. Sobald die Roboter... Nicht mehr... Sobald alle Biomasse auf der Erde verschwunden ist. Und die Roboter... Dann haben die einfach Roboter gebaut, die nachdem die Roboter alles getötet haben, wieder alles aufbauen. Und kaputt sind. Das sind diese riesigen Maschinen, die man auch in der Landschaft rumliegen sieht. Ja, ich glaube, so war die Lore. Ganz, ganz grob. Und vielleicht falsch, aber so in etwa. Man sieht manchmal so riesige Roboterarme oder so Kampfroboter und sowas auch in der Landschaft rumlaufen. Die nicht Tiere sind. Jo... Jo... Donner... Kiefer? Ja, genau. Jo... Tyrannosaurus Rex. Level 48. Okay, ich muss noch über die Berge. Wir haben so viel zu erkunden, theoretisch. Habe ich keine Lagerfeuer auf dem Weg? Doch ein paar. Okay. Wir haben auch... Ich kann einfach den Weg markieren und das Autoreiten machen. Wäre auch eine Idee. So, aber ich sehe die Wege nicht weich. Jo, guck mal, der Ball hat gerade auf die Menschen da hinten. Okay, warte. Ich loote den Schweif kurz, ja? Ich spüre die Kälte bis auf die Knochen. Ich spüre die Kälte bis auf die Knochen. Okay, vielleicht noch nicht. Super Pfeile, ja? Drei Stück. Jetzt warten wir kurz, bis der T-Rex sich umdreht. Okay, es hat halt sowas von keinen Schaden gemacht. Der kam aber von Kraft auf mich zugespremdet. Wo ist mein Pferd? Da ist noch. Pferd kann ich noch rufen. Mal close. Nächstes Mal kriegst du ihn, ja. Ich glaube auch. Ich glaube, ich will aber den Weg reiten. Hallo. Ich habe Bankrauch überlebt. Lol, was ein Kack-Roboter. Ja, gar nichts. Ich will gar nicht wissen, was diese Linien hinter mir bedeuten. Ich will jetzt den Weg hier hoch. Ja, scheint auch gut zu gehen. Cool, so ein Schneegebirge. Joa, das sind die Feuerspucker. Rüllrücken. Wird auch immer cool. Allerwenigstens scannen. Nach dem Spiel gibt es hier keinen Weg. Also reiten wir Offroad. Oh. Understandable. Aber eigentlich sollte da ein Weg kommen. Irgendwann. Aber durch nichts ist hier rein. Jetzt sind wir echt wieder neben dem Dino. Okay. Dino-Ecke war falsch. Aber wir können hier hoch. Was findest du nicht cool? Die kommen in meinen Rucksack. Weiß ich nicht. Lass mir doch meine Freude. Ist doch egal. Was ist denn mit Zombie los? Warum magst du die 30 Meter großen Kampfroboter, die Raketen und Laser schießen und aussehen wie Dinosaurier? Hä, warum findet der die cool? Verstehe ich gar nicht. Wechselgaming finde ich nicht cool. Das stimmt. Hallo. Scharfschussbogen. Was ist denn das denn für Pfeile? So Knockout-Pfeile. Uh, auch cool. Krallenschreiter-Zirkulator. Ah, kostet 600. Ich darf nicht alle Waffen einfach kaufen. Die kosten echt viel Scherben. Mal gucken, was ich so an Rohstoffen jetzt zum Verkaufen habe. Das ist alles Wertzeug, oder? Ne, warte mal. Was ist das denn für eine Sortierung? Warum sind die denn da dabei? So verkaufende Wertgegenstände. Achso, okay, doch. Ist zu verkaufen. Ja, schon nur, weil das irgendwelche so Platinen sind. Wehe, es gibt irgendeine Quest, wo ich das Zeug dann doch brauche. Mal 1000 Geld. Okay. Jo, guck mal, die Krallenschreiter-Schweife sind 300 Geld jeweils wert. Lohnt sich halt, diese legendären Teile doch abzutrennen. Cool. Ja, aber gucken wir mal. Vielleicht finden wir ja lila Waffen, wenn wir weitergehen in der Landschaft. Das kann aber auch sein, dass es levelabhängig ist. Nein. Meine Kraft ist ein gutes Spiel. Ja, 600 Meter ist noch nicht ganz nah, aber... Jo, da ist so ein lang, lang, lang drücken. Den nehmen wir mit. Oh, da laufen Viecher drauf rum. Das sind diese Monkeys. Oh, die wurden gezeigt in einem Trailer. Das ist auch ein Schnellreisepunkt. Da hinten kann ich hochklettern. Der Sitz, der Wächter. Kann ich auch einmal über die Karte aktivieren, so. Hier, oder? Ja, irgendwie so halb, aber irgendwie auch nicht. Muss ich schon oben sein, irgendwie, für den Weg. Irgendwo ist hier ein Anfang. Den muss ich erstmal finden. Das hat mich da erspägt. Ich liebe es. Irgendwas sieht ein und es passieren einfach die gefährlichsten Sachen überhaupt. Wo ist der hin? Oh mein Gott, der kann sich unsichtbar machen. Ein Pürscher. Oh, schaut euch das Design an. Katze. Und hat coole Musik. Bill 22. Leicht. Okay. Ein Geschütz auf... Oben auf dem Körper drauf. Und... Die... Unter den Armen irgendwas? So am Bauch. Au. Dann haben wir euch den Sniper-Bogen schon wieder auf. Das wollte ich auch nicht. Ich wollte die Pfeile craften. Äh, das war mein Plan. Sag ich. Will ich sagen, aber diese Katze hat echt viele. Sachen hier verteilt. Die Katze kann nichts mehr. Ich hab alles abgeschossen. Jetzt will sie Nahkampf machen. Nachdem alles weg ist. Ich hör noch einer. Au. Oh mein Gott. So. Regenäres Teil aufheben. Schüssen ausweichen. Geloadged. Perfekt. Wo ist sie? Mietze Katze, komm her. Da hinter dem Baum ist sie. Wo muss ich denn hin zielen? Was zur Hölle? Jo, der Junge lebt noch. Ich dachte, der wäre tot. Au. Einfach in der Rolle getroffen. Ist es leer? Ja, es ist leer. Ja. Au, dass die mich selbst im Rollen einfach so gut trifft, ne? Die Minen überall. So, weg mit deinem komischen Geschütz. Alles ablegen. Oh, Katze. Nein. Eins. Da ist der Schweifhieb. Maschinen Kill. Okay. Uh. Die sind doch cool. Ja, das sind leichte Gegner. Sonst hätte ich die auch nicht probiert, glaube ich. Apropos. Wir können mal unseren Bogen. Ne, wir können auch nichts anbringen, weil wir das Upgrade noch nicht haben. Okay. Aber Heilung können wir mal ein bisschen aufheben. Aber die waren cool. Mal sehen, wie der Monkey ist. Ich will ehrlich gesagt nicht gegen den Monkey kämpfen. So, alles wieder Vollanheilung? Ja. Sehr schön. Was ist da? Achso, das ist die Waffe von dem, ne? Ja. Ah ja, okay. Ja, weil der große Eingang ist der Eingang. So, da können wir einmal schnell speichern. Theoretisch. Da oben sind halt die Monkeys. Wer ist der Feuerkletterkiefer? Okay. Der hat einen Rohstoffscanner. Erschütterungsbeutel, Rohstoffbehälter, Zünder, Lobebeutel, Schweif, Staubwedel. Okay, auch der Schweif ist abtrennbar auf jeden Fall. Cool. Aber deswegen, dem darf ich nicht speichern. Und wir müssen den beseitigen, wenn wir da hochrollen. So. Ich muss zu dieser Plattform. Ich muss nur einen Weg finden. Ähm. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Aber ich werde hier selber zum Affen auf dem Weg da hoch. Oh mein Gott. Ich dachte schon, ich bin runtergefallen. Sieht aber richtig aus. Ja. Nice. Das Klettern ist richtig gut. So. Wie komme ich jetzt da rüber? Es könnte hoch genug sein, um auf den Langhals zu springen. Aber das reicht schon. Muss gar nicht zu Mr. Monkey. Und dann nehmen wir den Langhals mit. Läuft der hier durch? Ach ja, der läuft hier durch, ne? Wo ist er denn gerade? Ah, da hinten. Wie krass die Landschaft einfach aussieht, ne? Wenn man mal kurz nochmal Zeit nimmt und einfach so in die Wälder guckt mit dem Nebel. Sieht so cool aus. Letztes Mal hatte ich das immer, wo ich so Landschaft aufgefallen ist, dass sie cool aussieht, war bei Ghost of Tsushima. Da war ich auch immer sehr begeistert. Habe ich schon Monkey verpasst? Ne, Monkey ist da hinten auf dem Baum. Den besuchen wir später. Ich finde das Spiel nicht so gut. Darfst du Mr. Vigno? Wenn du lieber Schach spielst oder so, ist halt dein Ding. Das reicht. Ach so, ich nutze... Hoch genug, um direkt den Kopf zu erreichen. Oh, ich verstehe. Ich benutze den als Plattform zwischendurch. Oh, das ist cool. Danke fürs Mitnehmen, Kumpel. Jetzt muss ich weiter hoch. Cool. Also müssen wir doch noch gegen Monkey kämpfen. Okay. So, dann nochmal hoch. Ich mag halt immer Ideen zu sehen, die ich bisher noch nicht so in Spielen gesehen habe. Tut mir leid, dass ich es als cool bezeichne. Wie kack jetzt muss ich über den klettern. Ich finde es schön, dass Videospiele mich begeistern. Schach mit RTX Shader. Wie viele Monkeys sind da? Mehrere. Oh, es ist mich auch einer. Diese Kiefer können Metall und Knochen gleichermaßen vermeimen. Das ist schön. Mit seinem Ultrascan-Auge. In den Ass. Was macht ein Affe, wenn ich ihm seine Augen wegballere? Oh mein Gott, der hat ja noch gruseligere Augen drunter. Ohohohohoho. Äh, was waren eure Schwachstellen? Egal, einfach ins Auge. Der Schweif, ne? Ich weiß nicht, warum der Affe gerade seine KI ausgeschaltet hat, aber ich finde es sehr gut. So schaffe ich die Affen. Der andere muss einfach das auch noch machen. Der andere hatte einfach schon ein paar Zeug. Aber Affe ohne VR-Brille ist auf jeden Fall gruseliger. Ich würde gerne den Schweif dahinten treffen, aber das wird wohl ein bisschen schwerer. Obwohl, sollte möglich sein. Huh. Mehr da ist, wenn es nicht drückt. Komm. Okay, Feuer. Okay. Mir geht es ganz gemütlich an. Du kriegst es nicht mit dem komischen Sniper-Feuer. Yo, ich habe den Schweif ab. Cool. Extra Loot. Jetzt muss ich die kleinen Tanks da auf den Schultern treffen. Wie lange bleibt das Feuer da liegen? Oder haben wir nur kämpfen gegeben, Mr. Monkey? Nice. Noch eins ab. Wo war ich? Ich wollte weiter nach oben. Yo, Monkey ist besiegt. Überhaupt nicht gecheased. Wenn die mal in der Nähe zum Kämpfen kommen, dann wird gruselig. Der eine hat es nicht geschafft, über eine kleine Schlucht zu springen und der andere... ...ja, keine Ahnung, ist da verstehen geblieben. Kann ich aus dem Vorrat nehmen, wenn ich es brauche? Hier muss doch etwas sein, mit dem ich höher hinaufklettern kann. Ja, ganz ruhig. Ich muss erstmal Affen looten. Jawoll. Staubbeetel. So, da ist der Leiter. Andere hat die Systemfehler. Ja, so ein bisschen, ne? Okay, habe ich hier... Ja, ja, aber schon passen. Finden wir es raus. Was, eine Kletterauf... Was einfach für allgemein... Nein! Oh mein Gott. Eloy, nein, bitte spring nicht runter, Eloy. Mach alles außer runter, spring. Das ist so viel Weg. Ja, ich bin wenigstens am Eingang. Es gibt eine Taste... Zum Beispiel zur Erklärung. Es gibt eine Taste zum Fallenlassen. Und es gibt eine Taste, Eloy jietet sich nach hinten und springt runter. Ratet, welche der beiden ich gerade zuerst aus Versehen angetippt habe. Ja, da haben wir eine Leiter runtergetreten. Wir hätten bestimmt noch mehr Leitern runtertreten können. Und hier bin ich wieder. So, dann warten wir mal wieder auf unserem Kumpel, der wahrscheinlich... Wo soll er denn? Ja, kommt gerade. Immer noch nicht hoch genug. Doch, doch. So. Aber hey, wenigstens müssen wir nicht mehr über... Die Leitern sind automatisch runtergefallen. Ah, das Spiel war sogar nett. Ich sehe es gerade. Wir haben die ganzen Leitern hier runtergesetzt. Das kann ich ja nicht wissen, dass die automatisch runterfallen, wenn man vergisst, die runterzutreten. Eigentlich habe ich die Strafe verdient, das nochmal zu klettern, weil ich die nicht aktiviert habe. Bist du runtergetreten? Ich habe keine Leitern runtergetreten. Die da vorne? Habe ich runtergetreten? Ich war so von den Affen besessen. Doch. Hier, okay. Ich habe nicht schwören können, dass ich keine runtergetreten habe. Ist hier noch eine Leiter oder sowas? Schrott. Hier sind keine Leitern. Okay. Hier haben wir einfach Spaß am Klettern, Leute. Weißt du, alles wegen so einer blauen Kiste da unten. Ist das Wetter draußen? Holy shit, ich mache mal kurz Fenster zu. Wenn ich das Wetter mit meinen Kopfhörern höre, muss das echt laut sein. Also wirklich laut. Ich frage mal kurz bei Chelsea, ob alles klar ist oder ob irgendwas helfen muss kurz. Sekunde. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wow, die PC-Specs. OMG. Hallo. Nee, der ist wirklich nice, der PC. Ich weiß. Danke. Nee, alles in Ordnung. Chessie war gerade noch unterwegs. Ist zurückgekommen. Gerade so passend, dass er nicht weggeweht wird. Die ist aber auch noch eine Leiter an der Stelle, wo ich runtergefallen bin. So, aber jetzt gehen wir mal auf den Langhals hoch. Hast du neunpüze? Nee. Okay. Ja, schon jetzt ein Jahr alt oder so. Hier sollte ich eine Stelle finden. Also ungefähr, wo die rauskamen halt, die Grafikkarten. Vielleicht nicht ganz ein Jahr, halbes Jahr, was weiß ich. So, hat Eloy gerade gesagt, es reicht, um auf den drauf zu springen? Ich glaube, müsste ja. Höher wird's ja nicht mehr. Ich finde, es ist noch höher. So, hier sollten wir am sichersten rüber springen können. Tag, Wetter. Danke, Eloy. Schön, stimmst du mir zu. Ich kann Fässer für Loot zerschlagen. Oh. Ah, ich hab genug Loot. Mach ich in Zukunft. So, bin ich irgendwie blöd oder? Ach, da kommt er. Raucht nur ein bisschen. Wie viel Terabyte speicherst du? Äh, was Interessantes, gebe ich nach. Äh, 2 Terabyte, 4 Terabyte, 4 Terabyte, 4 Terabyte und 1 Terabyte SSD. Also, ich glaube, 1 Terabyte SSD normal, M.2. 2 Terabyte SSD für Spiele und dann nochmal 3x 4 Terabyte für Aufnahmen und alles. Wo ist er denn? Ach, da. Oh, wir hüpfen gleich ganz hoch. Keine halben Sachen. Sehr schön. Achtung, das ist übrigens sehr laut. Es wird noch lauter. Glaube ich. Gut, ich hab die Daten. Hier kann man sich hier irgendwie nicht abseilen oder so. Okay, gut. Okay, nochmal hochgeklettert. Ruhe. Karte aufgedeckt. Tada. Ja, guck mal, da haben wir die Strände. Die coolen Strände. Die Bitter bin noch nicht aufgedeckt, aber hey. Schon mal ein Stückchen. Und wir sind ja auch echt nah. Flughorn, Brüllrücken, Krallenschreiter, Feuerklauen. Das sind diese Bären, ne? Ach, cool. Ah, Hunted Dreams. Danke für 25 verschenkte Abos. Junge. Richtiger Support hier. Der sitzt direkt da. Gönnt ihr einfach einen Stream. Hab einfach Spaß beim Zugucken. Okay, und danke noch an Stickler für 25 verschenkte Abos. Ihr seid doof. Aber danke. Easy dodged? Achso, weil ihr die Subs dodged. Ich verstehe. Gut gemacht. Ja, bei mir ist auch krass windig. So, Level 24 Quest. Was soll schief gehen? Okay. Das Fenster ist zu breit. Hallo? Okay, dann gehe ich halt außen rum. Weil sie hier irgendwo raus darf aus dem Gebäude. Ich bin gefangen. Okay. Nein. Gott. Dammit. Lässt mich doch einfach hier irgendwo durch. Ich sehe nichts. Ey. So. Oh, hier ist ein bekanntes Signal. Und es ist super nah. Was bist du? Okay. Kommt wahrscheinlich noch früher oder später. Ja. Aber wie cool. Hier ist auch eine Bergbank. Aber ich will jetzt hier ins Wasser tauchen. Und es sieht dann so cool aus wie im Trailer. Oder wie eine Vorschau. Okay, hier ist nicht ganz so viel Algen und so. Aber es sieht schon cool aus. Ja, da hinten ist dicker Fischi. Immer Fische jagen? Ne, ich kann keinen Bogen schießen unter Wasser. Ach, Eloy hatte auch so ein Unterwasser Atemgerät da, ne? Ich erinnere mich. Das kriegen wir dann bestimmt auch noch. Nehmen sieht super gut aus. Heftig. Ja, das ist schon heftig. Ja. Das ist schon nice. Das ist schon sehr nice, ja. Okay, kann man warten, um die Zeit vergehen zu lassen. Auch nett, dass es sowas gibt. Aber wie kommen wir da rein? Angeblich hier so. Das ist das Aussichtspunktturm. Okay. Deswegen bin ich nicht durchs Fenster gekommen, weil ich da, dass es keinen leichten Weg hier reingeben soll. Ja, guck. Hier sind auch unsichtbare Wände. Okay, wenn die Lore sagt, man darf nicht so easy hier reinkommen, dann suche ich mir meinen Weg schon. So. So. Hier, weil der nördlich ist oder südlich, keine Ahnung, ist eine Straße. Hallo, Lobwuchs. Alle Emotes sind insane. Die Leute schreiben den ganzen Tag, wie cool die sind. Und ich finde es ja auch super. Flexen alle direkt wieder. Der Big Brain hat flexen. Was ist hier passiert? Das waren alles der Nackt. Jemand hat es geschafft, eine ganze Truppe auszuschalten. Jawohl. Eins ist sicher. Ich bin hier draußen nicht allein. Nicht da in der Ruine. Ich muss auf der Hut sein. So erwartet. Barbarin? Todesurteil für die. Okay, wer auch immer die sind, wir werden mit Sicherheit keine Freunde. Ich muss an diesen Gegnern vorbei und in die Ruinen. Hey, hey. Yo, kannst, 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 könnt ihr aufhören, in mich reinzukombonen? So. Yo, die kombonen halt richtig bei die Jungs. Nein. So, der andere ist da oben am Fenster, laufen die rum. Ich schläge mich ins Gebäude rein. Du, schieß weiter in den Bereich. Komm einfach raus, ja? Starten wir eine Suche. Meine Klinge gehört dir. Eins, zwei, drei. Ich habe übrigens vergessen, dass wir mehrere Gegner auf einmal markieren können. Das Spiel erklärt tatsächlich weniger Mechaniken aus dem ersten Teil. Ist mir auch aufgefallen, das Spiel erklärt einem nie, wie man Tiere, die, die das über Brücken macht. Also nie so wirklich. Oder dass man das kann. Bei den Starter. Beschützt den Ork. Okay. Panzerhelms weg. Wen? Die Arnen, die triffst du jetzt, glaube ich. Okay, das war nicht der Kopf scheinbar. Erstmal der Kopf. Wie heißt der? Gwen Marine, Soldat. Wo ist der letzte? Ah, da oben. Nehm ich die Leiter, die vor ihm hochführt, oder nehm ich die Treppe? Ne, ich glaube, ich nehm die Treppe. Ja, ich war auf dem Langhalsbeier. Oh mein Gott. Für unsere Ahnen! Ja. Tschüss. Also bisher habe ich keinen Loot hier drin gefunden. Ah, Phosphoräte. Jo, Phosphoräte. Okay, aber das war jetzt nicht so worth hier. Dann gehen wir nochmal Haunted Dreams. Für 10 Subs. Let's chill aber. Ah, guck mal was Lidern ist. Alter Halsgeld. Oh, Geld. Okay, ich zerstöre Fässer. Boah, aber es ist so anstrengend, alle Fässer zu hauen. Nee, ich töte einfach mehr Roboter später. Alle normalen Subs und so werden am Ende vorgelesen vom Stream. Nicht wundern, Leute. Also Subbombs sind später schwer nachzuweisen, so größere. Deswegen erwähne ich die auf jeden Fall. Ui. So. Alter Tresor. Ja, noch mehr Cash. So. Gib dich zu den Koordinaten. Wie komme ich durch die Hütte? Aufs Dach soll ich auf jeden Fall nicht. Ah. Muss nochmal ein bisschen mehr Cash. Und dann auch nochmal ein Sticker. Mein Rucksack ist toll. Ich will spielen, Leute. Die Stelle ist cool gerade. Lasst mich gamen. Ah, hier. Fenster. Bin aber nur doof. Fast Bion. Biotech. Nicht Biontech. Das sieht aus wie ein altes Büro. Das Treibhaus. Ist cool. So bei Dämmerung. Ich hoffe, nicht zu viele Menschengegner. Mag Maschinen immer noch mehr. Damit kann ich meinen Beutel auffüllen. Das Treibhaus. Die branchenführende Biotech-Forschungsanlage von Ferro Automated Solutions. Agritech. Umweltsanierung. Bio-Müll-Entsorgung. Was auch immer ihr Unternehmen benötigt. Im Treibhaus helfen wir ihnen bei der Problemlösung. Guck mal, das ist ein Mensch. Natürlich. Noch eine Ferro-Forschungsanlage. Das Treibhaus. Die Branchenführende Biotech-Forschungsanlage von Ferro Automated Solutions. Sehr düster hier. Wenn die Sonne doch wieder aufgehen. Eine Metallblume. Demeter sollte gleich hinter dieser Tür sein. Aber diese Ranken blockieren den Weg. Falls ich sie nicht durchtrennen kann, muss ich einen anderen Weg finden. Es gibt aber einen anderen Weg. Ja. Cool. Ich habe immer aus Versehen einen zweiten Teil reinladet, wenn ich das machen will. Okay. Das da nochmal? Ja. Sehr cool, dass es auch ohne die Abilities andere Wege gibt. Ich denke mal, die Abilities kriege ich bei einem der anderen Punkte dann. Mit diesen komischen roten Kristallen. Ein Raum ohne Ausgang. Toll. Aber immerhin liegt seine Konsole. Erstmal gamen. Ein Protokoll. Ich habe gerade mit der US Robot Command telefoniert. Die Zeit läuft uns davon. Ich habe mich nicht getraut, Harris zu sagen, dass unser Heilmittel schlimmer als die Krankheit sein kann. Auch wenn Diamantranken funktionieren, müssen wir noch beweisen, dass wir die Pflanzen wirksam eindämmen können. Aber Kabel's Team arbeitet drüben bei Teststation Efeu daran. Er wird es schaffen. Ganz bestimmt. Diamantranken. Noch ein Geheimprojekt. Sie haben hier die Metallblumen und die Ranken gemacht. Dann erfahre ich vielleicht, wie man sie zerstört. Wenn ich Teststation Efeu finde. Und wie komme ich hier jetzt raus? Sehr viel Text. Allein wir öffnen in die Fenster. Sehr schön. Na also. Na toll. Die schon wieder. Wer auch immer die sind, sie wollen mich töten. Ich muss aufpassen. Sind die Metallblumen aus dem ersten Teil? Ja, da musste man welche sammeln. Daran erinnere ich mich. Aber ich weiß nicht, ob es dieselben sind. Kommt bitte der Strom her? Keine Ahnung. Die Maschinen laufen auch alle. Strom ist kein Problem in der Welt hier. Oh, sehr viele Blümchen. Okay. Stealth Passage. Let's go, Zombie. Außer die sehen mich jetzt. Eine Barbaren ist auf dem Gelände. Hat es an den Wachen vorbeigeschafft. Findet sie, erledigt sie und bringt ihren Kopf zum Leutnant. Verstanden. Mit der Diplomatie ist es wohl vorbei. Wie lock ich die in meine Bügel rein? Erstmal machen wir eins, zwei, drei. Kann ich Profile markieren, wie ich will? Ja. Fünf Stück sind es scheinbar. Ganz da hinten ist noch eine kaiserliche Wache. Okay. Was machen die denn? Warum verteilen die sich so hart? Ich würde gerne den da erstmal ausschalten. Der steht halt direkt vor der anderen Wache. Der andere steht jetzt im Zelt drin. Kann ich auch von Menschen die Pfade sehen? Ja, kann ich. Was für mich keinen Sinn ergibt, aber hey. Fragen wir nicht. Typ in seinem Zelt, der bleibt aber permanent stehen, wie es scheint. Ist noch die Frage, ob der Typ, der patrouilliert, ob der die Leiche sieht. Ich bin auch Horizon, aber das ist alt Horizon. Nice. Ah, da bist du am Ohr. Na, bist du auch heute weit gekommen? Ah, da läuft er. Ja, er reagiert auf die Leiche auf jeden Fall. Bewegung! Da! Du machst mich nervös. Wenn eine Leiche rumliegt, kommen alle angelaufen. Wenn ich jetzt in die Reingehe und eine Brauchbombe mache. Eine Leiche! Finden wir den Mörder! Keine Idee. Aber ich kann auch einfach versuchen. Darf nicht. Ich würde sehr gerne, aber dann... Warte. Brauchbombe? Ich dachte, die Rauchbombe macht, dass ich garantiert unsichtbar bin. Rauchbombe 2. Warte. Dass die Leiche finden können, ist mir zu smart. So, die sind... Dings. Finden wir sie! Oh! Großer Fehler! Okay, mit der Rauch geht es. 20 erreicht. Cool, und irgendeine Chiefhand bekommen, ne? Muss man nur kurz warten, bis die sich wieder beruhigt haben. Und dann können wir die anderen beiden noch ausschalten. Yo, Tourist! Hallo! In dem Spielstand habe ich 14 Stunden ingame, aber ich habe gerade erst den Langhals geholt und zwei Lager irgendwie und sowas. Ah ja. Ja, ja, ich verstehe es. Ich habe heute auch angefangen und dachte so, okay, ich mache heute Story. Ich muss ja in den nächsten Tagen fertig sein, wenn dann Destiny und Eldring und alles kommt. Und war dann erst mal vier Stunden unterwegs und habe keine Story gemacht. Ups. Ah ja, wir sehen ja oben in der Mitte, wann sich die Suche beruhigt hat. Ja, guck mal, Mr. Moor, ich habe noch mehr Emotes. Alter, wie viele Spielstunden hast du schon? Äh, ich habe gestern bis zu kurz vor Mitternacht gespielt. Also gestern so ungefähr elf Stunden. Und heute spiele ich jetzt schon wieder... Nur so sechs Stunden sitze ich wieder dran. Ich bin erst Level 16 oder 17. Ich bin Level 20, also so weit hinterher bist du doch gar nicht. Wenn ich das Game finde? Nice. Sie ist zu gut. Sie ist einfach 20 Minuten in einem Busch sitzen geblieben. Niemand kann damit mithalten. So, kurz mal in dem Busch. Den wieder scannen und dann gucken wir mal, was sein Weg ist. Okay, der guckt hier und läuft... Dreht dann um. Wenn er umdreht, könnte ich mich eigentlich von hinten ranschleichen. Ich müsste ein bisschen näher ran. Ich habe Angst, dass meine Rolle ein Geräusch macht, dass er sich umdreht. Na, ich glaube, das passt. Der andere ist weit genug weg, hoffe ich einfach mal. So. Dann brauchen wir nur noch den Anführer. Du kannst im Sliden Backstab machen. Aber wie soll ich... Dafür Sliden muss ich doch sprinten. Jawohl. Nein, wir töten niemanden. Ich nicht. Ich könnte auf die 2 Sliden und dann Backstab. Okay. Ist mir zu laut. Äh, da ist noch eine Kiste. Gab's das zum Präfix nicht mehr? Boah, Tourist, du weißt nicht. Ich habe mir da rumgeguckt, was es überhaupt gibt und es ist alles in die Richtung weg. Berserker Jägerbogen. Berserker Jägerpfeile sind jetzt für einen deiner Jägerbogen verfügbar. Feuere diese Pfeile auf menschliche oder Maschinengegner, um den Berserkerzustand aufzubauen. Sobald dieser Zustand aktiv ist, greifen sie das ihnen am nächsten befindliche Ziel an, unabhängig davon, ob es sie sich um Feind oder Freund handelt. Ich welche deine Gegner, indem du sie gegeneinander kämpfen lässt. Ah, cool. Haben die ganzen Emotes gemacht? Laubfuchs. Zielende Jägerpfeile sind jetzt für einen deiner Jägerbogen verfügbar. Diese speziellen Pfeile können für grenzte Zeit ein Ziel festlegen, das von überbrückten Maschinen angegriffen wird. Ah, cool. Auch nice. Also ein, zwei Emotes habe ich selber gemacht. Und die meisten hat Laubfuchs gemacht. Aber ich glaube, man sieht, welche ich gemacht habe. Ja, das Zom-Prefix mit einer Null, das passt ja, weil ich früher Zombey mit einer Null hieß. Das passt schon. Und ich wollte lieber ein Drei-Zeichen-Prefix als irgendeins mit fünf Zeichen oder sowas oder Zombey irgendwas oder so. Ich mag alles kurz. Kurz ist nice. Ich ergebe mich. Tu, was du willst. Ich wollte nicht gegen deine Freunde kämpfen. Sie griffen mich an. Wenn ich nur durch den Tod dafür büßen kann. Ich werde dich nicht töten, okay? Ich will nur verstehen, was hier los ist. Woher hast du diesen Fokus? Ich gehöre zu den Auserwählten. Den Quen. Die Ahnen haben uns allein die Macht des Fokus hinterlassen. Das Auge, das das Vermächtnis zeigt. Das Vermächtnis? Das Vermächtnis? Die Wahrheit. Sie liegt in der Dunkelheit und den Ruinen. Zwischen der uralten Asche und den Knochen des Vergangenen, auf das es wartet. Als Wahrsagerin muss ich sie suchen. Zum Wohle meines Volkes. Du suchst doch Daten. Vielleicht können wir uns unterstützen. Wie heißt du? Alva. Zweite Wahrsagerin in der Ostexpedition. Ich bin Aloy. Fangen wir von vorn an. Äh, was geht denn ab über die Quen? Ich hab zwar grad echt viele von deinen Leuten umgebracht, aber das stört dich ja wohl nicht. Ich weiß nichts über die Quen. Unser Land liegt jenseits des großen Ozeans. Wir waren noch nie hier. Warum also jetzt? Unsere Heimat wurde von extremem Wetter verwüstet. Schreckliche Stürme und sengende Dürren. Unsere Ernten fallen aus. Unser Volk verhungert. Auf der Lösungssuche wurde vorgeschlagen, dass wir durch die mutige Überquerung des Ozeans nach Landfall des Vermächtnis vielleicht das Wissen erlangen, dass unser Volk retten kann. Doch bisher entzieht sich uns das Wissen. Die sind einfach Aloy 2. Landfall des Vermächtnisses. Vermächtnisses. Dein Volk nennt diesen Ort also Landfall des Vermächtnisses? Nein, in Landfall sind wir angekommen. Im Westen, im Schatten der versunkenen Stadt, der zerstörten Brücke. Du meinst San Francisco? Ja, du kennst das Vermächtnis gut. Der Ort war für die Ahnen von großer Wichtigkeit. Wir hatten gehofft, dort ihre Geheimnisse zu erfahren, doch die Türen sind bisher verschlossen. Aber wir entdeckten dort Daten, die uns hierher führten. Äh, vielleicht unsere letzte Chance. Um etwas zu finden, das eure Ernten und euer Volk rettet. Ja, wenn die Ahnen uns noch einmal gewogen sind. Äh, deine Leute habe ich angegriffen. Die Soldaten, sie schossen auf mich ohne Warnung. Warum? Es, es ist die Pflicht der Gwen, das Vermächtnis zu suchen und es vor den Dänen zu schützen. Dummen und Neidischen zu schützen. Also du erscheinst nicht dumm. Aber zu Hause wollen uns andere Stämme Böses. Es hieß das gleiche Gelte auch hier. Sagt das euer Vermächtnis? Das Vermächtnis ist wahr. Aber es wurde schon oft falsch gedeutet. Ich hoffe, die Zeit und die Weisheit der Ahnen führen uns auf den richtigen Weg. Ja, das hoffe ich auch. Du hast einen Fokus. Du sagst, die Ahnen hinterließen deinem Stamm den Fokus. Ja. 13 Wahrsager besaßen diesen hier, seit er in unserer Heimat in den Ruinen entdeckt wurde. Ich trage ihre Namen in meinem Gedächtnis. Du hast also einen, aber keiner der Soldaten da draußen. Jeder hat seine Aufgabe. Die Aufgabe der Wahrsager ist es, das Vermächtnis zu suchen, die Weisheit der Ahnen zum Wohle aller zu deuten und zu beschützen. Also wissen nur die Wahrsager, wie man einen Fokus benutzt. Nicht mal die Herrscherfamilie und sicher keine Soldaten. Wie viele Wahrsager gibt es denn? In Landfall nur eine kleine Gruppe. Zu Hause ein paar Dutzend mehr. Schätze ich. Das wissen nur die Aufseher und ich gehöre nicht zu ihrem Rang. Wie kann man zu doof sein, den Fokus zu benutzen? Der muss einfach nur so an die Seite gedingst werden? Keine Ahnung. Will ich noch mehr über das Vermächtnis hören? Ja, okay. Ihr nennt also die Daten aus der Vergangenheit Vermächtnis? Ja. Alles, was nicht verloren ist oder verboten. Was bedeutet das? Alles, was wir lesen können und das, was erlaubt ist. Okay. Verstehe ich nicht ganz. Aber gut. Wofür benutzt ihr denn die Daten? Die größten Geheimnisse sind die, die das Leben vieler verbessern. Wie man Pflanzen anbaut, wie man Fluten zurückhält oder sogar das Meer überquert. Technologie. Das suche ich hier. Technologie, die meinem Volk zu Hause hilft. Ja, das Pflanzensystem wird deinem Volk wahrscheinlich helfen, aber ich brauche das leider eher. Sorry. Ich suche einen Ort in diesem Komplex namens Teststation Efeu. Hast du diesen Namen irgendwo gesehen? Nein. Ich habe etwas entdeckt, das wie eine Karte aussah. Aber sie war unlesbar. Verloren. Vielleicht werde ich ja daraus schlau. Äh, da. Jede Menge Dateien. Äh, ich habe sie durchgesehen. Schau im Abschnitt TH-Anlage. Nerds hier. Mit ihren Computern. Äh, wie gesagt. Verloren. Du siehst die Karte nicht? Oh. Dein Fokus ist ein frühes Modell. Dein Betriebssystem kann Dateien von nach Mitte der 2050er nicht lesen. Lol, nicht mal das neueste iPhone hat sie. Aber ich kann sie mit dir teilen. Sie teilen? Du siehst das Verlorene und Verbotene. Weder verloren noch verboten. Nur ein neueres Format. Da. Dort muss ich hin. Aber das geht nicht. Wir versuchen seit einer Woche tiefer in den Komplex zu gelangen. Der Weg ist durch Geröll blockiert. Was ist mit dem Tunnel? Er wird von hier freigeschaltet. Nein. Ich hielt die dafür eine Art Zugangskontrolle. Aber ich konnte nicht genug Daten zum Bedienen lesen. Versuchen wir es mit meinem Fokus. Okay? Probieren wir es mit meinem iPhone 11. Glaub mir. Das ist so viel besser. Diese Konsolen sollten wohl synchron bedient werden. Aber ich bin nicht sicher. Synchronisierte Bedienung. Okay. Let's go. Let's go. Ja, die Ahnen haben den Weg gezeigt. Ich soll mit dir mitkommen? Wir mussten den Tunnel doch zusammen öffnen, oder nicht? Komm mit dir in die Abwasseranlage. Der Kartenach sollte weiter drinnen noch ein Ausgang sein. Bleib bei mir. Geh voraus. Mhm. Hier war irgendwo lang. Was war, dass du uns reingebracht hast? Aber cool, so eine andere Kultur zu treffen, die halt gar nichts mit dem Ort hier so eigentlich zu tun hat, auch selber. Sie weiß schon, dass es ein falscher Weg ist. Deswegen geht sie erst gar nicht rein. Äh, hier unten durch. Oh, kann ich ja. Du brauchst gar nicht meckern, Eloy. Aua. Geht es dir gut? Ja, ja. War nur mein Kopf. Ich schaffe das. Äh. Hallo? Deal? Jetzt. Es muss doch einen Weg rausgeben. Funktion wahr. Irgendein Gedicht oder sowas. Abweichner Code geborgen aus der FAS Treibhausanlage. Okay. Ist hier auch nur eine Sackgasse, oder was? Nee, wir haben hier die Wand gesprengt. Irgendwas muss hier in dem Raum sein. Ich suche auch so einen Hakenpunkt, um was rauszureißen. Ah. Ja. Hallo? Äh. 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 Der Punkt geht. Wo ist eigentlich seine Cam? Äh. Ich bin ja der Katzen ausgemacht. Da ist er. Ganz vergessen. Hallo. Aber bei so Story-lastigen Pass, lass ich die auch gerne einfach mal länger aus. Sonst. Weil wir jetzt eh hier wieder am rumklettern sind, und ich keine Wege finde. Nein, keine Sackgasse. Versuchen wir einen anderen Weg. Hier schwimmen darf ich nicht. Den kleineren Tunnel dort haben wir nicht probiert. Ah. Ja. Hier lange. Einfach. Okay. Sneak, sneak. Laut der Karte sollte der Ausgang da lang sein. Äh, Mr. Morp, bist du noch da? Danke für den Raid. Ich hab's komplett übersehen. Ich hab aber nur gesehen, dass du da bist. Hahaha. Goldbarren? Boah, ich bin reich. Ich bin reich. Ne? Sie sagt auch schon wieder alles, was ich machen muss. Ich freue mich drauf, wieder oben zu sein. Hm, du bist falsch abgebogen. Hm, du musst da... Ich glaub, das war der falsche Tunnel. Hm, ich glaub, wir müssten da drüben lang. Hahaha. Ich weiß nicht, ob ich in der Anlage irgendwas finde, wenn hier alles einfach nur überflutet ist. Da bin ich gerade wieder raus. Ich bin ziemlich sicher, dass ich gerade rauskletter. Okay, vielleicht doch nicht. Danke, wegsieht. Alba. Oh, ich will's bekämpfen. Sofort. Oh, das kann nicht gut sein. Sie fliegen mehrmals am Tag im Komplex ein und aus. Nur die Ahnen wissen, warum. Die Ahnen sind tot, Alba. Natürlich. Wie könnten sie sonst Ahnen sein? Wir haben wohl dringendere Probleme. Folge mir. Okay, ein paar Robos kriegen wir bestimmt hin. Wir müssen ja noch die Fähigkeit bekommen, diese komischen... Mein Rucksack ist voll. Ich kann es später aus dem Vorrat nehmen. Äh... Faden verloren. Nice. Aber dass sie es gern mitnehmen. Sie hat das Projekt sabotiert. Weißt du, wie viele das Leben dieser Affäre hätte kosten können? Von Aquino Williams Gordon... Akrofi Nafisi Kubrick Aquino Williams... Okay, ja, das ist sehr viel. Schon wieder. Na gut, lesen wir es mal durch. Aber ohne Stimmen. Sie hat das Projekt sabotiert. Weißt du, wie viele Leben diese Affäre hätte kosten können? Wir prüfen gerade, welche Daten hier wieder hergestellt werden können. In der Zwischenzeit... In der Zwischenzeit haben wir Wochen damit verbracht. Ergebnisse hinterher zu jagen, die nirgendwo hinführen. Koczanskis Projekt hätte die Antwort sein können. Können wir bitte bedenken, dass Dr. Koczanskis Libido dabei eine große Rolle gespielt hat? Naja, so groß nun auch nicht. Nicht hilfreich, Akrofi. Können wir uns bitte auf die pflanzliche statt auf die menschliche Reproduktion konzentrieren? Sehr richtig. Es ist unser Job, unsere Verantwortung, diese Pflanzen zu liefern. Es ist unser Job, unsere Verantwortung, diese Pflanzen zu liefern. Und deshalb weise ich Dr. Semmelsen einen anderen Team zu. Sie hat ein Projekt sabotiert und darf bleiben. Und wir alle werden die Zeit aufholen müssen, die wir verloren haben. Wie? Wir arbeiten doch schon nachts und am Wochenende. Was die Zahl der Seitensprünge reduziert hat. Nicht hilfreich, Akrofi. Charles Darwin, wer auch nur eine Stunde seiner Zeit zu vergeuden wagt, hat den Wert des Lebens noch nicht erkannt. Und wir halten so viele Leben in unseren Händen, also werden wir alles tun, was nötig ist, um die Arbeit zu beenden. Albert Einstein, zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit. Dr. Semmelsen hat das bewiesen. Wir sind uns doch einig, dass sie gehen muss. Sie bleibt. Anweisung von ganz oben. Faro, natürlich. Nicht gerade jemand, der moral wichtiger ist als Resultate. Schluss jetzt. Alle. Ich habe eure Einwände gehört. Hört jetzt auf damit, sonst halte ich das Messaging-System offline. Und dann, dann werden sie alle verprügelt. Wir haben auch schon wieder Ted Faro. Der Junge hat einfach... Weißt du... Ihr kennt doch dieses Meme, wo da diese Zukunftsstadt ist. Also dieses Meme mit dieser Zukunftsstadt, blablabla, wenn irgendwas. Und das ist einfach Horizon Zero Dawn, wenn Ted Faro nicht wäre. Scheinbar. So viel weiß ich. Die sind so cool, diese Frettchen-Roboter. Das ist meine Chance. Das war's. Wir sollten aufbrechen. Das war mir da noch ein Frettchen. Aber eigentlich nur vor dem Chicken Nugget da hinten so ein bisschen Respekt. Ich weiß nicht, wodurch du gestorben bist, aber nice. Geben die auch Tarnung? Ich glaube, das ist nicht hoch genug. So, sein Pfad sagt... Ach, das hat die Leiche gefunden. Dass die Roboter Leichen finden können, das ist... So weird. Hm, stiller Schlag und so, ne? Jo, warum ist das halb tot? Was? Ich nicht. Aber danke für dein Feedback. Ich hab Munition, danke. Das hat bestimmt nicht. Feine machen. Ausweichen. Aua. Schaden kriegen. Ist das ein Raptor? Oh, Feuerraptor. Cool. Also, ich weiß nicht, wie cool, aber egal. Oh Gott, das Frettchen. Alba. Hör auf, mir zu sagen, wo ich hinschießen muss. Wenn ich das jetzt selber anbogen. Das sollte helfen. Ich kann nicht aufhören, alle... Die... Die hört nicht auf zu reden. Die sollen einfach nur aufhören zu reden, bitte. Aua. Oh, ich übernehme ich. Ich komm nicht weg. Nein, ich komm nicht weg. Yo. Der ist so ein Predator, der Typ. Jetzt brenne ich auch noch. Ah. Wo ist vorne und hinten bei dir? Da ist der Schweif. Der Schweif ist richtig cash bei dir. Ich weiß, was du vorhast. Kannst du das brauchen? Okay, der ist nach hinten ausgewichen. Da! Da ist ihre Schwachstelle! Alles okay, Dino? Hat irgendwie Ultrafeuer angemacht, scheinbar. Au. Der Feuer, Dino, ist sehr tödlich. Es war aber schon... Und ich war einfach tot. Willst du das Spiel empfehlen? Nee, ich spiele seit zwei Tagen. Immer zwölf Stunden, weil ich es hasse. Kackspiel. Okay, da ist dieser Teufel. Feuer, Krallenschreiter, Level 22. Macht Rollenlärm. Ja, macht's. Okay. Wir müssen kämpfen! Komm, das wäre gar nichts. Ist trotzdem angenehmer, als in Zeitlupe durch die Welt zu laufen. Okay, der Feuerrattor geht gucken. Aber im Fühnchen können wir vielleicht vorbeischleichen, wenn ich weit genug eine Kurve mache. Ach, verdammt. Das ist eine Schwachstelle? Ah, ein Fächtchen gibt's noch, ne? Ja. Erstmal hieb ich noch den Weg. Ich geh mal runter. Auf die große Fläche. Weil die kann ich mich auch mit dem Greifhaken notfalls wegziehen. Die kommen ja bestimmt her, nachdem sie meine Begleiterin da oben abgemurkst haben. Hallo? Oh, Feuer. Ich geh mal ein bisschen schüchtern. Heile. Willst du den ersten Teil nochmal spielen oder den zweiten? Also wenn du noch gar nichts gespielt hast, spiel ruhig den ersten Teil vorher. Der erste Teil ist sehr gut. Und der zweite baut einfach komplett auf dem ersten Teil auf. Und spielerisch ist der erste halt auch noch perfekt. Verpasste. Also, also, ja, verpasste was, wenn du den ersten nicht spielst, finde ich. Ich meine, ich brauche keine Munition. Danke der Nachfrage. Ich bräuchte ein bisschen weniger Feuerrapporen in meinem Leben. So. Äh, ich bräuchte Feuer. Jetzt sind alle wieder da auf einmal, die ganze Gang. Das hat wehgetan, oder? Nein, das Feuer in meinem Gesicht war voll in Ordnung. Hallo. Jetzt können wir uns ums Fräckchen kümmern erstmal. Auf den Gegner. Ich wünschte, ich dürfte Hinweise geben, wo du hinzielen musst. So, jetzt haben wir alle außer den Raptor. Ich kann mal kurz scannen, dass ich die Schwachstellen sehe. Hier hinten so krank scheinbar. Was? Puh, dafür machst du aber echt viel Backseat Gaming. Ich habe schon viel geübt. Jetzt können wir einen Weg zurück in die Anlage finden. Okay, nice. Zombie, würdest du den ersten Teil nochmal spielen oder gleich den zweiten? Ich habe den ersten schon gespielt. Wenn ich den ersten Teil schon gespielt habe, würde ich den zweiten Teil, den ich noch nicht kenne, spielen. Ich verstehe deine Frage nicht. Äh, war das die Waffe jetzt oder war das ein Teil? Ah, nee, ist ein Teil. Okay, und da hinten liegen, glaube ich, noch ein paar Roboterteile. Kann ich das Backseat Gaming ausstellen? Ich glaube nicht. Wir haben schon mal geguckt. Wir hatten kurz die Vermutung, dass es die Option ist, Tinnitus deaktivieren. Aber das hat leider nichts mit dem Backseat Gaming zu tun. So, jetzt habe ich alles. Das war echt noch ein anderes. Noch ein Wiesel. Okay, und wo muss ich hin? Finde den Eingang. Ah, hier kann man klettern auf jeden Fall. Ah, da kann man eine Leiter runterschießen. Genau, verfehlt. Perfekt. Ich hoffe, man bekommt irgendwie im ersten Teil noch so eine OP-Rüstung. Äh, ich will aber so eine Rüstung wie die Gegner. Warte. Es gibt eine Gegner-Art, die neu ist. Sehr, ganz unten. Die hier. Das sind solche so Ultra-Zukunfts-Viecher. In dem Stil will ich eine Rüstung. Das wäre cool. Eine Lüftung. Ich glaube, ich kann sie öffnen. Äh, bin gleich hinter dir. Keine Ahnung, wie es auf der Playstation aussieht, ein Dude. Aber falls es dir jemand beantworten kann, wie die Grafik da ist, dann wäre es schön. Jo, das sieht aus, als wäre da die Anlage schon. Das wäre, glaube ich, ein bisschen schnell. Erstmal durchsuche ich die Ulme. So, die Tür ist zu. Äh, dann gucken wir uns mal hier oben. Okay. Den habe ich nicht. Gibt es viele neue Robos? Gefühlt schon, ja. Habe nicht gezählt. Und ich will auch jetzt nicht wissen, wie viele genau es sind. Kann manuell auf den Schienen bewegt werden. Na also. Hm. Dahinter ist ein Hohlraum. Ziehen wir mal die Akkus vor und gucken mal, was dahinter so ist. Welchen PC hat Zombie, dass er das so spielen und streamen kann? Das ist das Spieloft auf der Playstation. Das sollte helfen. Da brauche ich gar nichts. Habe mal eine Playstation 5. So, wir haben den Schlüssel. Brauchen wir jetzt wieder ein Passwort oder reicht der Schlüssel an sich? Können wir doch da reingucken. So, da kann ich die Wand auch aufspringen. So, hier ist ein Fach, wo eine Batterie rein muss. Okay, mehr haben wir hier nicht. Dann ist das doch irrelevanter. Gucken wir mal, ob wir hier die Tür aufkriegen und ob dahinter eine Batterie ist. Äh, Dreieck. Bip. Schlüssel einsetzen. Blau. Na also. Tür öffnet sich. Sieht aus wie eine Art Transportvorrichtung. Kannst du sie zu mir rüber bewegen? Sieht so aus. Wenn du auf das Ding springst, kann ich dich zu den Konsolen bringen. Ganz genau. Okay. Wir sehen zwar nicht, wie sie draufhüpft, aber dann macht sie schon. Ja, hüpft mal drauf. Einen Moment. Lass mich nur... Ich hab's geschafft. Okay, ich hab's nicht gesehen, aber gut gemacht. Moment. So, genau auf das komische Ding hier drauf. Sehr gut. Rüberspringen. Geschafft. Äh. Ich bin bei der Konsole. Moment. Hier sind Daten. Viele. Aber gesperrt. Irgendeine Zugriffsbeschränkung. Ich muss dran vorbei, sonst scheitert meine Mission. Ich helfe, wenn's geht. Okay? Aber zuerst müssen wir hier raus. Okay. Wir müssen die Luke öffnen. Mal sehen. Okay. Ich entsperre eine Speichereinheit. Ah, ja, die war gesperrt. Die wollte ich schon wegziehen. Das hier drin sollte eine Energiezelle sein. Ich hab die Energiezelle. Ein Generatorraum. Die hab ich auch schon auf. Okay. Bin dabei. Äh. Warte, ich zieh's mal noch ein bisschen mehr. What? 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 Also, die Idee, ja, ich weiß, dass das Tier dran ist, aber ich wollte hier hinter gucken und das, das unsichtbare Objekt irritiert mich, über das ich klettern kann. So, dann rein hier. Hallo? So, warte. Ich kümmere mich jetzt selber um die Backseat Gamer. Jeder, der Seite geschrieben hat, kriegt ne Pause. Äh. Eins. Zwei. Keine Mods da sind, dann mach ich das selber. Okay, Wireport, ich will dich nicht timeouten. Zwei Leute. Die ersten beiden. Die haben angefangen. Die Türen haben wieder Strom. Du erreichst mich jetzt. Bin unterwegs. So, die Tür, die Türen haben Strom oben. Wahrscheinlich. Ja, dann bin ich hoch. Und die Leute mit Ultra Delay, die jetzt erst Seite schreiben. Okay. Wir müssen beide Konsolen gleichzeitig bedienen, um die Luke zu öffnen. Ja, was hast du denn für ein Pfeil? Du bleibst hier. Hier hat einfach Plasma-Pfeile. Will ich auch freischalten, hallo? Es kann losgehen. Bist du bereit? Bei zwei. Eins. Zwei. Leitet Jammandranken-Schwachstellen-Testszenario 12C15 ein. Okay, dort müssen wir hin. Initiativer Umwandlungsprozess. Initiativer Biomasse-Umwandlungsprozess. Was? Nein, 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 nein. Wie schalte ich dieses Ding aus? Ausfallsicherung überschritten. Pist kann nicht abgebrochen werden. Was ist das? Das war dieses System, was die Menschheit zerstört hat. Was Biomasse gegessen hat, glaube ich. Diese Naniten. Test abgeschlossen. Strukturende Integrität mit Diamantranken. Nicht beeinträchtigt. Was war das da gerade? Ich teile eine Datei mit dir, okay? Testprotokoll Ulmer. Heute ist Dienstag. Der zweite? Ach, egal. Ich sage das für das Ende der Welt. Es ist wirklich ironisch. Wir haben Biomasse-Umwandlung entwickelt. Unbegrenzte Nahrung für unbegrenzte Maschinen. Und jetzt liefern wir uns ein Rennen mit der Zeit, um was zu finden, das ihr auffällt. Tja, es klappt. Kriegsmaschinen können die Ranken nicht fressen, aber... Können wir sie rechtzeitig einsetzen? Gott, ich hoffe es. Ich verstehe nicht. Deine Ahnen, sie... wurden ausgelöscht. Dein Vermächtnis hat nichts gesagt? Die Zeit der Asche. Aber die meisten Daten darüber sind verloren oder... verboten. Nun, sie erschufen Maschinen, die alles Lebendige verzehren. Wie hast du gerade gesehen? Ein Wunder, das irgendwas überlebt hat. Ich will das nicht wissen. Deshalb bin ich nicht hier. Ich brauche die Weisheit der Ahnen, um mein Volk zu retten. Keine verbotenen Erkenntnisse über ihre Sünden. Wenn ich nichts finde, das hilft nichts, das ich mitbringen kann. Die Aufseher werden mich bestrafen. Oder schlimmer, Menschen werden sterben. Verstehst du das? Meine Familie. Meine Schwester. Sie war 14, als ich gegangen bin. Man konnte schon ihre Knochen sehen. Sie werden verhungern. Alva. Alva. Ich verstehe. Wirklich. Es ist schwer zu erklären. Aber wir arbeiten auf das gleiche Ziel hin. Wenn ich erfolgreich bin, wird dein Volk keine Daten brauchen. Die Dinge werden einfach besser werden. Selbst wenn ich dir glauben sollte, mein Volk wird es nicht. Ich muss etwas zurückbringen. Okay. Wir gehen zur Teststation Efeu und beseitigen irgendwie diese Ranken. Dann gelangen wir in den Datenkern. Was ich suche, ist dort drin. Wenn ich es habe, wird es vermutlich jegliche Zugänge zu allen Daten dieses Ortes freischalten. Dadurch solltest du etwas für zu Hause bekommen. Ich weiß nicht, ob ich es verstehe. Aber jedes Geheimnis birgt sein eigenes Labyrinth. Eine Wahrsagerin muss beharrlich sein. Geh weiter. Ich folge dir. Oh mein Gott. Ah! Ich dachte gerade, wo zeigt der Marker denn hin? Dann fahre ich hier direkt ins hier rein. Äh, wie kann ich rutschen? Vielleicht kreisgedrückt halten? Perfekt. Okay, dann gehen wir erstmal geradeaus. Sie sollten die Zerstörung stoppen, die die Zeit der Asche verursachte. Sieht so aus. Ich habe etwas mit Wünschen. Okay, hier sind viele Wege. Kann ich hier hochflattern oder sowas? Nee. Scheinlich geht es bis zur Oberfläche. Ich denke, wir sind unter dem Erprobungsgelände. Vielleicht verbindet es die Anlage mit dem Turm. Halten wir uns hier besser nicht länger auf. Okay. Die kommt weit aus dem Westen und wir kommen weit aus dem Osten. Ah, leid. Ich habe beide ähnliche Aufgaben. Na sowas. Erstmal hier kurz das Cash mitnehmen. Kann ich das von hier aus scannen? Cool. Noch so komisches Gedicht. Alles, nur keine Wasserkämpfe, bitte. Danke. Game ist gut und alles, aber die Zwischendialoge, naja? Das sind jetzt nur die Charaktere, die reden. Das ist alles cool. Hater. Ich glaube, wir finden hier Roboter. Eine Fliege. Okay, also sobald ich diesen Screen hier wegdrücke, bin ich tot. Aber das ist ja richtig cool. Das ist eine Fledermaus. Eloy gibt es doch auch in Genshin Impact? Ja. Genau. Und in Fortnite und in... Wo gibt es sie nicht? Ist überall. Hm. Schreckflügel. Eine große und mächtige Flugkampfmaschine. In ihrem Arsenal an Angriffen ist eine Reihe von störenden Statuseffekten, was sie zu einem gefährlichen und hartnäckigen Gegner macht. Guck mal, man muss dafür die Kappa-Überbrückung aktivieren. Schwach gegen Feuer. Das ist nicht gut. Ich habe keinen Feuerbogen. Keine Feuerschleuder oder sowas, glaube ich. Okay. Was ist das Teil, was was Legendäres trinkt? Oh mein Gott, hat die viele Teile zum Brechen. Das ist immer schon mal ungut. Die hat schwere Waffe am Bauch. Okay. Die hat irgendwelche Geschütze. Bombensalben. Kann man abmachen. Und selber benutzen. Ansonsten kann man die Reißzähne abmachen. Was eine Fähigkeit deaktiviert. Und wenn man den Hals kaputt macht, explodiert die auch direkt. Okay, ja. Wir machen die Geschütze und die Zähne auf jeden Fall erst mal. Falls ich schnell genug Kreis... Warte, Mikrofon will ich irgendwie gerade nicht so? Falls ich schnell genug Kreis spamme. Okay. Wir müssen dir ledigen, um in die Teststation zu kommen. Bist du dabei? Ja. Ja, das ist der Bombenwerfer. Oh mein Gott, ist das schrecklich zu bekämpfen, das Ding. Einzig gute für mich sind die... Ja, ich habe kein Feuer in der Luft. Dann höchst du sie ihren Hals explodieren lassen. Aua. Nein, tatsächlich nicht. Boah, Junge. Diese Zähne zu treffen. Das ist cool. Noch cooler wäre, wenn ich die Zähne treffen. Ich glaube, ich wechsle mal zu den stärkeren Pfeilen. Erst mal scannoliert ist. Ja. Jawohl. 69 Schaden mit dem Pfeil an der Schwachstelle klingt gut. Boah, Junge. Einfach so eine Plasma-Exklusion hinter mir. Oh. Ich würde gerne wissen, was dich unsichtbar macht, Junge. Hier, das war der Hals. Ist gelandet. Wo ist vorne, wo ist hinten? Lassenzahn. Ja, es ist einfach unmöglich, die Teile zu treffen. Ne, ich mache gerade einen Dreifachschuss jetzt. Da ist Gesicht. Und Dreifachschuss da rein. Habe ich irgendwas, was Feuer schießt? Ja, nur die, die, die Stolper fallen. Ich meine, ich kann die hier so aufstellen. Ich weiß nicht, ob das zu viel bringt. Ich kann nochmal Feuer machen. So. Da war die Schwachstelle zu sehen. Oh, die Zähne. Irgendwas vorne mit den Zähnen gerade. Die haben gerade kurz geleuchtet. Boah, macht die viel Gift. Okay, wir haben den Tank erwischt. Aua. Nee. Mir geht's gut, glaube ich. Nur eine riesige Bledermaus pödelt auf mich. Vielleicht Laser schießt, wenn sie so weiter Geräusche macht. Wie sie so trotz Zeitlupe so viel ihren Kopf bewegt, ne? Nochmal Zahn getroffen. Nochmal Zahn getroffen. Einfach hin. Oh. Okay, sie hat die Bledermaus weggeschreckt. Auch gut. Okay, sie fliegt wieder und ist unsichtbar und macht Gift und landet fett. Oh mein Gott, ey. Was ein Viech. Ja. Ich hab eins. Kannst bloß nicht drauf gehen. Dass man die beide abtrennen kann, ist natürlich der Grund, warum ich sie wahrscheinlich schon so oft drauf geschossen hab. Unerfolgreich. Oh, zwei Treffer draufgelandet. Ah, schade. Neue Heilung craften. Ja. Sollte gleich kaputt sein. Komm, Zahn, Zahn, Zahn. Ja, ich hab den Zahn erwischt. Bauteil entfernt. Wir haben den Zahn auch gekriegt. Das hat geholfen. Wir sollten jetzt in Teststation Efeu können. War bisher irgendein Kampf so schwer wie der gegen den Frozen Wild DLC Boss? Ich erinnere mich an keinen schweren Boss. Aber Jessie hat auch gespielt und wir haben irgendwie auf Story Modus gespielt. Also war da wahrscheinlich kein Boss schwer. Äh, Metallblume. Wir sollten nicht hierbleiben. Es trägt keine der Metallblumen. Wurden sie auf diesem Weg verteilt? Aus der Luft fallen gelassen von diesen Maschinen? Oh, von so Fledermäusen über die Luft verteilt. Danke, 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 danke. Oh, guck mal, das hätt ich auch nutzen können. Wär auch lustig geworden. So ein Fledermaus da hinlocken und dann, pang. Pang? Mach er dann endlich. Fledermaus war richtig cool. Das war doch eine richtig schöne Challenge. War komplett überfordert einfach den ganzen Kampf. Na, jetzt sollten wir zu dem Gebäude darüber dürfen. Dürfen. Hier auf den Diamantranken muss es doch ein paar Daten geben, die wir gebrauchen können. Ich hoffe, dein Fokus sieht, was meiner nicht sehen kann. Die muss sich ja so kacke fühlen. Ja, bevor die, die, die forscht ihr ganzes Leben lang Sachen und dann sagt auf einmal einer so, hey, dein Gerät, was die Sache anzeigt, das zeigt übrigens nicht alles an. So einfach alles, was sie gemacht hat, hätte sie mehr sehen können. Was gefunden? Die vierte Teststation. Weide. Sie scheint unter Wasser zu sein. Nein. Sollte ich mir irgendwann anschauen. Diese Konsole ist noch funktionstüchtig. Erstmal das Geld. Cool, wie hier goldene Sachen sind. Hat sich gelohnt, ins Endgame-Gebiet hier zu gehen. Noch ein Protokoll. Fertig. In jeder Hinsicht. Die Ranken funktionieren. Und Kabel hat einen Weg gefunden, sie zu zerstören. Lädt man einen kodierten Schlüssel in die Einsatzkapsel, wird ein Enzym ausgelöst. Es bewirkt, dass sich die Ranken selbst zerfressen. Aber es ist zu spät. Laut den neuesten Prognosen der US Robot Command übertrifft die Reproduktion des Schwarms unsere Fähigkeit, die Hüllen abzuwerfen. Um 375 Prozent. Keine Chance für uns. Ich nehme an, das verdienen wir. Ich verdiene es. Dafür, was ich hier angerichtet habe. Das wird mein letztes Protokoll vor der Evakuierung sein. Also waren all ihre Bemühungen umsonst. Ihnen ist die Zeit davon gelaufen. Zumindest haben wir das Software-Modul, das sie entwickelt haben. Es sollte die Ranken der Metallblumen beseitigen können. Ich brauche eine Werkbank, um das Modul in meinen Speer zu laden. Bei unserem Lager ist eine. Die Karte zeigt einen Weg, der am nächsten Raum vorbei dorthin zurückführt. Am nächsten Raum vorbei? Ach, jetzt geht die Tür auf einmal. Okay. Wie viele Stunden spielt ihr die Story? Anscheinend bist du 40 Stunden. Ich war heute nur kurz erkunden und es war schon vier Stunden unterwegs. Also ich glaube, wenn man alles erkundet und so, hat man hier ein sehr, 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 sehr großes Spiel. Hier drin. Wir müssen hochklettern. Bin gleich hinter dir. Schön, dass hier alle diese Kletterfähigkeiten besitzen. Ich könnte da nicht hochklettern. Ich würde einfach verhungern. Wir können am Seil runterrutschen. Äh, okay. Ganz einfach. Ja, ich schau dir zu. Ah, geschafft. Unglaublich, dass du es alleine mit diesen ganzen Soldaten aufgerüstst. Gut, dass da keine Freunde von ihr dabei waren. Bank für dich. Spezialausrüstung Nummer 3. Der Rankenschneider. Okay. Ja, machen wir. In den Speer eingebaut, kann dieses Modul die Ranken einer Metallblume lösen. Abgeschlossen. Nice. Können wir die Welt besser erkunden. Und jetzt? Jetzt gehen wir zu diesem Datenkern. Der war hinter mir, oder? Ja. Genau. So, ja, bevor wir hier abgebogen sind. Äh, ich weiß noch nicht mehr genau, wo. Ah, doch mal. Achso doch, hier sind wir ja hochgelaufen. So, hä, es muss doch einen anderen Weg geben. Und dann haben wir erstmal 1000 Leute umgebracht. Und eine Metallfliedermaus bekämpft. Wie die jetzt auch, wie die jetzt einfach blau sind, weil ich es benutzen kann. Nutze Nahkampfangriff, um meine Metallblume zu öffnen. Die Blume blüht. Mal sehen, ob die Software funktioniert. Software installieren. Sie fallen auseinander. Die Tür ist jetzt frei. Cool. Die Ability lohnt sich, glaube ich. Der Datenkern sieht intakt aus. Zeit, Demeter nach Hause zu bringen. Jo, Demeter, was geht? Demeter? Zeit, nach Hause zu gehen. Werdet er sich irgendwie, oder wird er einfach reingesaugt? Der Sonne des Lebens. Ja. Elisabeth Sobeck. Alpha Prime. Master Überbrückung aktiviert. Stelle Originalkode für Demeter unter Funktion wieder her. Was hast du getan? Mein Fokus hatte noch nie so eine Störung. Ich habe eine spezielle Art von Daten gewählt, die du nicht lesen kannst. Sie hatte den Datenkern fest im Griff. Aber jetzt solltest du Zugang zum zentralen Server haben. Zum Ganzen. Dadurch solltest du etwas für zu Hause bekommen. Du hattest recht. Hunderte von Archiven. Fast alle davon beziehen sich auf die Landwirtschaft. Es würde Jahre dauern, alle durchzugehen. Aber diese Zeit haben wir nicht. Was du vorher gesagt hast, hast du... Elbe! Stopp! Nicht schießen! Beim Wort der Ahnen! Sofort aufhören! Komm! Schau dir an, auf wen du geschossen hast! Diese Barbarin hat unsere Soldaten getötet! Nur diejenigen, die blind geschossen haben. Sie ist keine Barbarin. Sie hat mir zu den Daten verholfen, die wir brauchen. Komm! Sieh sie dir an! Siehst du's nicht? Sieh sie dir an! Elisabeth Sobeck steht vor dir! Eine wiedergeborene Ahnen! Wahrsagerin! Wir sollten die Ahnen zurückbringen! Wir folgen ihrem Wort, Kommandant, und nicht andersherum. Es tut mir leid, Dr. Sobeck! Der Glaube unseres Volkes ist stark. Aber es gibt auch diejenigen, die nicht so vertraut mit dem Vermächtnis sind. Ihr habt die Wahrsagerin gehört. Die Daten wurden gefunden. Ihr zwei mit mir. Den Rest von euch treffen wir am Strand wieder für die Rückkehr nach Landfall. Ich kann nicht lange reden. Sie werden viele Fragen haben. Die hab ich auch. Dein Volk weiß viel über die Vergangenheit. Und über Sobeck schätze ich aber... Bitte. Ich muss es wissen. Das, was du sagtest, aufs gleiche Ziel hinarbeiten. Wie lange wird das dauern? Ich weiß nicht. Ein paar Monate? Du bist die größte Hoffnung meiner Familie. Lass dich von nichts aufhalten. Du hast mir für viele Dinge die Augen geöffnet. Dafür danke ich dir. Aber jetzt musst du gehen. Werde ich dich wiedersehen? Wir kehren bald nach Landfall des Vermächtnis zurück. Es könnte gefährlich für dich sein, dorthin zu gehen. Aber sag mir, wie ich es erreiche. Für den Fall. Landfall liegt auf der nordöstlichen Grenze der versunkenen Stadt. Die Ströme rund um den Archipel sind teuflisch. Ein Zugang ist nur von Süden möglich und... Der wird bewacht. Versuch es nur, wenn es sein muss. Wahrsagerin. Was dauert da? Bitte. Geh. Wenn du noch länger bleibst, fürchte ich, nehmen sie dich mit uns. Und das würde für keinen gut ausgehen. Okay, tschüss. Sperr mal die Tür einfach ab. Keine Munizium. Ich muss den Meter trotzdem zu Gaia zurückbringen. Aber vielleicht erkunde ich noch etwas die Gegend, bevor ich zur Basis zurückkehre. Und jetzt kann ich die Drankenschneider für diese Metallblumen benutzen, die ich gefunden habe. Ja, da gab es ein paar Stellen. Aber ich erinnere mich an keine. Aber sehr cool. War eine coole Questreihe. Doch, war lustig. Nehmen wir uns mal das Lagerfeuer. Äh, da lang. Hat er erwartet, dass die Eloi-Eiskaltänder jetzt sobald sie den Meter haben? Ne, Eloi hat ihr doch gefühlt eine völlig neue Welt schon wieder gezeigt. Die Chance macht sie nicht kaputt. Aber nett, dass sie uns geholfen hat. Sehr nice. War cool. Irgendwas wollte ich wieder hinterfragen, aber ich hab's schon vergessen. Besser so. Guten Abend, Schrock. Entdecktlagerfeuer. Entdeckt hilft mir leider nicht, dass ich einfacher hinkomme. Äh, da hoch. Ich weigere mich aber auch, diese Schnellreise-Kids zu benutzen, ne? Sollte ich aber mal anfangen. Ah, hey, dadurch hab ich ein Lagerfeuer mehr, dass ich mich geweigert hab, das zu benutzen. Aber jetzt haben wir ja nicht 400 Leben. Ich weiß nicht, warum ich nur 399 hab. Ich hab wahrscheinlich so eine komische Blume berührt. So, einmal speichern. Überschreiben. Ja, wir haben jetzt 17 Stunden 40 Minuten Spielzeit. Also haben wir jetzt die Hälfte der Story geschafft. Wer weiß. Wenn ich die 3 Sachen gesammelt hab. Poseidon und Eta. No. Ich denk, dann kommt noch nicht das Finale, wenn ich alle 3 hab. Ne, da passiert bestimmt noch mehr. Ich denke, nach den beiden kommen trotzdem noch so nochmal 3 große Missionen oder so. Das wird besser zur Größe passen. Aber gehen wir mal zu Gaia zurück. Komm, gehen wir den ab. Den Boy. Machen wir das fertig. Ich lass die Cam auch noch weg. Äh, wie kommt man da rein? Oh, die Fahne. Sie klingen definitiv nicht nach Rebellen. Wenn ich ihren Spuren folge, seht vielleicht, wohin sie wollen. Bestimmt kann ich meinen Fokus einsetzen, um den Spuren dieser Reiter zu folgen. Ja, kannst du machen, Elohe. Aber ich würde gehen erstmal in den Berg wieder rein. Hallo, Puxi. Ja, scheint richtig zu sein. Irgendwie hier so. Ach, da hoch. Denkst du, es könnte von Horizon noch ein Spiel geben? Bestimmt. Welt hat ja viel Potential. Muss sich ja nicht um die Geschichte von Eloy unbedingt drehen. Meinst du so? Oh. Du schwingst keinen Hammer, Ehrend. Versuch's mal etwas sanfter. Meine Wurstfinger sind mal nicht sehr sanft, okay? Zurück. Folge der Linie. Rechts. Das andere rechts. Ich hab' sie gesehen. Eloy hat sie im Norden gefunden. Hab' ich dich. Das nennt man Konkassen-Beef-Party oder so. Das nenne ich Musik. Eloy. Elend, es geht dir besser. Und du bist hier. Es geht nur weiter, wenn du dein Ding durchziehst. Wenn wir schnell lernen, helfen wir dir dabei. Du brauchst jede Hilfe, die du kriegen kannst, hm? Es liegt aber noch viel Training vor uns. Man wird nicht an einem Tag zu einem Jäger. Sieht aus, als hättest du alles unter Kontrolle. Ich sollte das zu Gaia bringen. Gut, wir trainieren weiter. Holen so schnell wie möglich auf. Ich träume schon von Glyphen. Tja, während du dich amüsiert hast, hab' ich mit Gaia versucht, mehr über die Landgötter herauszufinden. Also, so wie ich das sehe, brauchst du dringend etwas Übung. Komm mit. Äh. Oh, äh. Okay. Sie sagen aber nix. Okay, ja, macht nur ihr euer Ding. Oh, ich hab Talana deine Nachricht überbracht. Sie wollte zum Osseram-Lager, das ihr beide gesucht habt. Im Südwesten. Pizza? Sie schmeckt wohl schlechter, wenn die Lieferung länger dauert. Oder so etwas. Vielleicht findest du das Rezept. Pizza! Ich glaub, es war nur dünnes Brot. Mit Käse und etwas Soße. Ich mag es jetzt schon. Alles. Alles. Warum hat die hier Kerzen angezündet? Die sind über Lampen. Warum hat die... Wo hat die 700 Kerzen her? Holy shit! Boah, hat die so viele Kerzen gefunden. Sind in den ganzen Kisten hier auch überall nur Kerzen drin? Warum ist eine Kerze auf der Kiste? Die kann man nicht mal mehr öffnen. Okay, gehen wir einfach... Reden wir erst mit ihnen? Ja, komm, reden wir erst mal mit der Gang. Sogar auf der Bank sind Kerzen. Hallo, er rennt. Warum sind das Ausrufezeichen? Gefährten. Gewöhnst du dich gut ein? Val hilft mir dabei, einen Überblick zu bekommen, wenn er nicht gerade schweigsam ist. Keine Ahnung, warum er so nervös ist. Wegen der Gaia-Frau oder wegen unserer neuen Utaro-Freundin. Was ist mit der Garde? Solltest du sie nicht im Osten herumkommandieren? Ich schickte einige von ihnen mit einer Nachricht nach Meridian. Ich bezweifle, dass er war etwas dagegen hat, dass ich der Retterin von Meridian hier helfe. Talana ist in die Basis gekommen? Er hat dran vorbeigekommen. Ich hatte gehofft, sie würde auf einen Drink bleiben. Einzige witzige Kaja, die ich kenne. Aber sie hatte wohl andere Dinge zu tun. Val hat dir also einen Fokus gegeben. Es braucht seine Zeit, aber ja. Das mit Meridian ist vom ersten Teil, ja. Okay. Ja, dann reden wir mal mit Gaia. Die anderen beiden, wenn die noch da sind danach, dann rede ich auch gern mit denen. Aber erst mal interessiert mich das Wichtige. Ob Gaia eine neue Tür öffnen kann mit dem neuen Upgrade. Willkommen zurück, Aloy. Wenn du bereit bist, verschmelze Demeter mit mir. Ach das? Anschließend muss ich etwas Wichtiges mit dir besprechen. Psycops-Konsole untersuchen. Gaia? Was ist das? Eine Steuerkonsole für ein drungen basiertes Bildsystem, das mit dieser Kuppel verbunden ist. Ich sende dir relevanten Daten an deinen Fokus. Hm. Dieses Psyclops ist also ein Netz... Ah ja, hier eine Beschreibung. Ich merke, dass die Verschlechterung in der Biosphäre überwacht. Das sollte wohl auf der Kuppel angezeigt werden, aber... Die Drohnen sind nicht mehr damit verbunden. Wenn ich die Drohnen in der Wildnis aufspüre, käme ich an ihre Daten heran. Ich könnte die Verbindung und die Anzeige wiederherstellen. Okay, eine Quest also. Und das ist die Map. Fehler. Drohnen sind nicht verbunden. Dann kann ich alles verbinden. Guck mal, es gibt noch eine... Ach guck mal, ist das alles mehr? Ach guck mal, ein Teil der Karte ist einfach mehr. Das ist einfach richtig großes Wassergebiet, um Gottes Willen. Hoffentlich sind da nicht viele Secrets. Also warte, wenn ich nochmal auf die Karte gehe. Das heißt... Alles ab hier ist Wasser. Und hier drüben ist noch eine Insel. Das macht es auf jeden Fall kleiner, die Karte schon mal. Aber ist ja auch okay. So. Hier, Gaia Kern einsetzen. Vünf Minuten weg gewesen. Alle wollen auf einmal wieder reden. Ja, cool. Die Meter. Was wolltest du besprechen? Als du weg warst, empfing ich eine ungewöhnliche Nachricht auf meine Eluthia-Frequenz. Eluthia? Eine Unterfunktion, die bisher unsichtbar war. Ja. Ja. Die Übertragung war so langsam, dass ich sie anfangs für zufälligen Datenmüll vor dem Hintergrundrauschen hielt. Nachdem ich es dann bemerkt hatte, dauerte es, bis ich die Nachricht vollständig zuordnen konnte. Ja, und eine versteckte Datei. Koordinaten. Koordinaten. Wohin führen sie? Zu einem Berg im Nordwesten dieser Einrichtung. Sei jedoch gewarnt, Aloy. Möglicherweise ist diese Übertragung echt. Aber sie könnte auch von jemand oder etwas anderem stammen. Du meinst, es ist gar nicht Eluthia? Bin mir nicht sicher. Was ist SOS? Ein Code der alten Welt. Ein Notsignal. Ein verzweifelter Hilferuf. Eluthia war jetzt auch eine der KIs, aber eine, die verschwunden war, ne? Warum schickt Eluthia eine kodierte Nachricht auf einer Frequenz, die nur ihr beide nutzen könnt? Das war wohl nur zur Vorsicht, um nicht entdeckt zu werden. Oder zumindest sollte es so aussehen, als sei das das Ziel. Ich weiß auch nicht, warum Eluthia erwarten würde, dass ich das Notsignal überhaupt hören und darauf reagieren würde. Soweit Eluthia weiß, bin ich inaktiv. Also ist Eluthia entweder in Schwierigkeiten und sie hoffte, dass du da draußen bist? Oder jemand will uns an diese Koordinaten locken und tut so, als wäre er Eluthia. Zu diesem Schluss komme ich auch. Safe, Silence oder Hades? Kein Wechselgaming gerade? Äh, also Hades ist ja komplett kaputt. Ich glaube, Hades taucht wirklich nicht mehr auf. Die töten den ja nicht zweimal und dann taucht er noch mal ein drittes Mal auf. Haha, ich bin doch noch da. Außer Silence hat noch ein paar Daten von Hades oder sowas. Ich glaube, Silence kommt in der Story nochmal ganz, ganz wichtig drin vor. Und nicht in so einer Nebenquest. Könnten das die Tennis sein? Könnten die Zeniths die Übertragung senden? Den Daten aus deinem Fokus zufolge haben die Zeniths den anderen Gaia-Systemkern aus dem Hades-Versuchslabor. Möglicherweise haben sie daher Zugriff auf meine internen Frequenzen. Vielleicht wollten sie, dass du antwortest und deine Position preisgibst. Könnte sein. Doch die Übertragung ist hochgradig atypisch. Wenn sie wollten, dass ich meine Position verrate, dann wäre die Nachricht doch wohl unauffälliger gewesen. Okay. Dann sind sie es wohl doch nicht. Okay. Dann suche ich die. Okay. Ich gehe mal dorthin und sehe nach, woher die Übertragung kam. Ohne Hilfe? Ha! Niemals! Ernd und Val sind per Fokus in diese Unterhaltung mit einbezogen. Ich stimme zu, du solltest hier nicht allein vorgehen. Wenn's eine Falle ist, hm? Klar könnte es eine sein. Aber wenn es Illuthier ist, dann hat sie Ärger und ich muss sie zurückholen. Keine Angst. Ich bin vorsichtig und... Wir begleiten dich. Gut. Holt eure Sachen. Wir warten am Westausgang. Falls du noch Ausrüstung verbessern musst. Jo, Hades war auch ein Teil von Gaia. Aber der ist kaputt. Und scheinbar braucht sie den ja nicht. Sonst hätte sie gesagt, ja ohne Hades geht nicht. Hat sie aber nicht gesagt. Zwei Fertigkeitspunkte. Wie glaube ich denn schon wieder? Zwölf Stück. Gucken wir doch mal. Was können wir machen? Äh, bessere Konzentrationsregeneration. 400%. Cool. Günstiger Munitionshersteller will ich nicht. Ich wollte hier runter, ne? Ja, genau. Dann nehmen wir Waffenausdauerlimit. Konzentrationsstärkung. Hab ich? Okay. Und... Nochmal günstiger und mehr Munition herstellen. Perfekt. Ach, ich hätte hier auch gerade runter gehen können. Aber egal. Das will ich ja eh haben. Cool. Jetzt hab ich eigentlich alles hier raus, was ich haben will. Genau. Die sind mir gerade egal. Erstmal. Cool. Der Skillbaum ist fertig. Dann können wir schleichen, weiter skillen. Teilenstellerin. Ja. Nicht mein Spielstil. Äh, Gaia. Was hast du zu sagen? Äh, Loy. Wir raffiniert von dir. Wahl und Ehren in unser Gespräch einzubringen. Es freut mich, dass du ihre Hilfe akzeptiert hast. Möchtest du noch etwas besprechen, bevor du aufbrichst? Ganz schnell gehen wir mal durch. Man kann echt viel reden, wenn man möchte in dem Spiel. Das ist schön. Wir hatten... Und wie läuft es hier so? So hat die Morphologie ihrer Landgötter studiert. Um ihre Krankheit. zu verstehen. Ohne die Fähigkeiten von Hephaestus, bin ich leider nicht in der Lage, ihre Programmierung zu korrigieren. Jedoch, haben wir dank Sows Beharrlichkeit vielleicht eine Lösung gefunden. So würde ich über die Details informieren wollen. Okay. Klingt vielversprechend. Okay, eine Lösung für die Landdinger ist schon mal nice. Raul und Soh scheinen gern Zeit gemeinsam zu verbringen. Das stimmt. Beim Studium der Alte Weltdaten entdeckte Soh Referenzen zu einem Lebensstil, der Vegetarismus genannt wurde. Hier gefielen die Ähnlichkeiten zu den Bräuchen der U-Taro und sie ermutigte Wahl, diesen Lebensstil auszuprobieren. Okay. Und wie war das? Sie stimmen überein, anderer Meinung zu sein. Hahaha. Lange es sich aufzwingt, ist doch gut. Und wie kommt Ehrend klar? Er gewöhnt sich zunehmend an den Gebrauch des Fokus. Nach anfänglichen Problemen. Was ist passiert? Bei dem Versuch, seinen ersten Fokus an seiner Schläfe zu fixieren, hat er ihn leider zerstört. Neben einer Reihe von Oseram-Flüchen warf er dem Fokus ebenfalls vor, Zierath zu sein. Er hat wiederholt versichert, dass dies nicht wieder vorkommen wird. Naja, gut, dass wir genug Ersatz haben, schätze ich. Okay. Reicht. Ich geh dann mal los. Ich wünsch dir eine sichere Reise. 12. Jööö. Nochmal zwei Fähigkeitspunkte. Warum sagt es 12? Ich habe die doch gerade ausgegeben. Einen habe ich. Äh ne, ich habe gar keine. Okay. Die Meldung kam nur nachdem ich die ausgegeben habe. Ich verstehe. Gut zu wissen. Ich schaue mir das mal an. Welchen? Den hier? Ich glaube der war vorher zu. Ne, ist das Büro. Mein Zimmer? Wie cool. So Story-Momente. Was ist das für ein Speer? Mein alter Speer, bevor ich den neuen bekommen habe. Mein alter Speer? Ja. Rost hat ihn mir gebaut. Als mein Training beendet war. Scheint ja eine Ewigkeit her zu sein. Cool. Kann man die öfter untersuchen? Oder warum ist immer noch ein Ausrufezeichen? Als Val mich nach dem Hades-Testlabor fand. Dachte ich, da wäre Rost. Er würde wohl nichts von dem hier begreifen. Oder von dem, was ich tun muss. Trotzdem. Ich bleib mich mal wieder ein. Ja. So. Darf ich fragen, warum du kein 2 Millionen Abonnenten-Special gemacht hast? Weil ich keins gemacht habe. Weil ich noch nie Abonnenten... Also ich habe, glaube ich, ganz am Anfang vor 100 Abonnenten... Da habe ich Abonnenten-Specials gemacht. Das 999-Special war doch auch einfach nur ein Fake. Einfach nicht real. Ich habe das Ganze noch nie für Abonnenten gemacht. Deswegen mache ich auch keine Abonnenten-Partys. Ich feiere dieses Abonnenten-Himmeln-YouTuber-An-System nicht so. Ja. Ich mache einfach gerne Videos. Und wenn Leute daran Spaß haben, ist es geil. Ende. Aber ich mache nicht Sachen besonderer, als sie irgendwie sein müssen. Regalas Angriff auf die Gesandtschaft. Die Marschelle umzingelt. Einer nach dem anderen getötet. Erinnert mich an das Massaker bei der Erprobung. Damals im Heiligen Land. So viele Leben verschwendet. Und wofür? Ich glaube, ich muss beim Fenster mal wieder aufmachen. Hier wird es echt warm gerade. Eloy, erzähl mal was über den Globus, den du gerne als Anhänger hast in deinen Träumen. Ich mache währenddessen Fenster auf. Ich trage Elisabeths Anhänger seit Monaten mit mir herum. Doch da wir eine Weile bleiben werden, verstaue ich ihn hier, wo er sicher ist. Elisabeth hat ihr Vertrauen in Gaia gesetzt. Und Gaia setzte ihr Vertrauen in mich. Wenn ich alles schaffe. Die Unterfunktionen beschaffen. Vollsienes besiegen. Die Welt heilen. Ja. Vielleicht stolz auf mich. Muss die Cam aus einem bestimmten Grund eingeblendet sein. Weil ich Spaß dran habe. Weil ich es cool finde. Weil ich es mag. Blende es den Katzchen aus. Oder wenn sie irgendwie wichtige Sachen überdeckt. Wenn es dich so abfuckt, guck mal jemand anderem. Tut mir leid. Oder guck nur die YouTube-Videos, wo ich das nicht verwende. Aber für Streams mag ich es. Finde es lustig. Mag die Idee. Werd die weiter ausbauen. Werd es immer nutzen. Und das ist cool. Und die Leute mögen es. Die meisten. Stumm ist ein bisschen irritierend an der Seite. Aber es wird wenigstens schön kühl im Zimmer. Rede mit Zoo. Mich würde auch gerade interessieren, was die eigentlich zu mir sagen. Ich war in ihrer Höhle drin. Ich habe da alles kaputt gemacht. Aber gleichzeitig hat denen auch irgendwie geholfen. Wüssten sie, was wir mit Fah, selbst wenn sie es verstünden, könnten sie nur wenig begreifen von all dem. Nein, ich muss den Stamm vorerst zurücklassen. Ich habe gerade nicht die Energie. Stimmt es, dass du ein Signal von einem der Gaia sprust? Ja, tue ich. Wir wissen es erst im... Seid vorsichtig, werden wir. Ich habe gerade nicht die Energie für noch mehr Gelaber. Wir hatten gerade Story-Mission. Da wurde jetzt richtig viel geredet. Ich glaube, ich erkund jetzt erst mal wieder. Erst mal ein bisschen erkunden. Vielleicht machen wir heute noch einen der beiden Kerne. Wo auch immer sie jetzt hin sind. Waren die nicht hier? Wird wahrscheinlich nicht angezeigt, weil ich in der Basis bin. Ach nein, weil ich die andere Mission habe. Ja gut, die zwingen mich ja jetzt erst mal mit denen zu reden, bevor ich raus darf. Ich will erst mal rausfinden, wie ein Raum neu ist. Ah ja, okay. Nett, nett. Voll cool, dass Gaia hier umbaut und so. Kann ich meinen Bogen upgraden? Nur den Berserker-Jäger-Bogen. Okay, habe ich aber nicht mal equipped. Äh, finden wir jetzt mal den Raum, der neu ist. Das ist mein Zimmer jetzt, ne? Okay, die haben sich auch ein Zimmer gegönnt. Hologramme? Gaia, sagtest du nicht, die Daten hier seien verloren? Ich konnte aber die Vorrichtung so umfunktionieren, dass sie Daten speichert, die du auf Reisen gesammelt hast. Ja, sehr schön. Cool, wie viel sich verändert hat seit dem ersten Mal, als wir hier waren. Ach, das sind Duschen. Okay, jetzt erkenne ich es. Bisschen noch Toiletten. Okay, Ernd hat sich die Ecke hier gegönnt. Also kriegen wir noch drei weitere Leute, die hier einziehen. Okay. Äh. Offenbar kann ich die Tür jetzt öffnen. Die ist jetzt offen, scheinbar. Gaia, was war das für ein Raum? Das hier war als Freizeitraum für das Schleifstellenpersonal gedacht. Leider wurden die Unterhaltungsmodule mit der Apollo-Datenbank gelöscht. Verdammt. Oh, schade. Warte mal. Was ist hier? Geht es hier hin? Zwar keine Unterhaltungsmodule, aber... Hier gibt es da ein weiterer Raum. Wofür? Aber ein geheimer Klo-Raum. Kann ich das echt nicht aufheben? Komm schon. Verdammt. Okay. Und wir mehr heraus. Äh, was? Track? Achso, der ist safe. Ist der? Ja. Paar Schnörkel. Wechsel zu Privatprotokoll. Also gut, regionale Schaltstelle 9. Der Anlagenentwurf geht voran. Wenn Gaia sie endlich baut, wird sie alles haben, was nötig ist, bis auf Charakter. Also werde ich noch meinen Stempel aufdrücken. Ein paar Schnörkel. Angefangen mit diesem kleinen Versteck. August wäre begeistert davon. Er liebt geheime Korridore, so wie in alten englischen Schlössern. Aber ich habe etwas Größeres vor. Mein Meisterstück sozusagen. Okay, Ethan Reed hat hier in der Basis geheime Orte versteckt scheinbar. Wie man finden kann. Was ist das für ein Prank? Ich will mir sagen, dass ich zu fett bin. Joa, scheinbar. Könnte ich ja nicht wegtreten, ne? Ne. Okay, wenigstens ein bisschen Cash. Und das ist mein Zimmer. Ja, okay. Bis alle Türen waren? Wir können doch mal runter gucken. Auch zu. Offen. Auch zu. Ah, ich glaube, das war alles. Ja. Ein bisschen viel immer zu gucken jetzt, ob welche Türen offen sind. Aber ich glaube immer eine Tür pro Kern, den wir zurückbringen. Äh, hier und dann rechts, ja. Okay, reden wir mit den Dudes, die unbedingt mit uns auf Reise gehen wollen. Ja, auf geht's. Gehen wir. Machen wir das scheinbar noch. Schau uns an. Drei knallharte Veteranen brechen ins Unbekannte auf. Das wird der Hammer. Ein Rentner und Zwiegungspunde. War ja mal wieder klar, dass der Notruf von einem echt steilen Berg kommt. Lass mal. Ja, so eine Space-Ober. Ich will die Waffe. Ich will sowas haben. Was ist das? Was zum Henker? Die haben die getötet? Die haben die gehackt? Diese Scheiß-Banditen haben eine Möglichkeit gefunden, einfach so einen Weltraum-Futuristische Rüstung kaputt zu machen. Erstmal Space-Ober-Looten. Wir sehen unser Schlachtfeld an. Erstmal zu dieser Zenith. Es gibt offenbar noch mehr Zeniths als... Nee, die lebt noch. Du hast tatsächlich einen besiegt. Hättest fast nicht überlebt. Ich weiß ja nicht. Die Welt wird immer... Irgendwie... Konnten die Rebellen ihren Schild ausschalten. Aber warum war sie hier? Ich kann auf ihre Kommunikation zugreifen, aber... Ich werde auch das Schlachtfeld scannen. Was war mit dieser irren Waffe der Zenith? Was? Hallo Verbena, was hast du für mich? Aber jetzt ist sie weg. Hm. Gut, dann mach dein Ding. Ich warte hier. Ich wollte es anhören. Irgend. Warum bist du so nervig? Äh, Notizbuch, Datenpunkt, äh... Das da. Verbena an Basis. Was? Hallo Verbena. Was hast du für mich? Ich hab überall gesucht. Noch immer keine Spur vom Ziel. Können wir diese sinnlose Suche endlich abblasen? Vergessen wir mal nicht, wer das Ding überhaupt entkommen ließ. Bis Einbruch der Nacht will ich Ergebnisse. Meinst du, du bekommst das hin? Moment. Ich glaube, ich sehe was. Okay, es war nicht sehr viel Input, aber hey, sie hat was gesehen. Und genug ungesehen? Fast. Ich hab noch gar nicht ungesehen. Die sind so cool, diese Roboter. Dieses Phantom hatte Anweisungen beim Sichern des Ziels zu helfen. Was dieses Ziel wohl ist? Phantom-Anweisungen. Fehlzahlen. Oberritte der Direktive beim Sichern des Ziels helfen. Heast, Latter weiterhin... Sutter weiterhin überwachen. Befehl bestätigt. Feiner erkannt, greife Ziel an. Gefahr, Systemversagen in Daten beschädigt. Als ob die Banditen auch die kaputt gekriegt haben. Was sind das denn für... Ah, die hätten so ein Bär dabei. Okay. Okay. So ein Chaos. Ich muss schon sagen. Ein paar Banditen da alleine kriegen doch nicht irgendwelche... So eine Future-Frau kaputt. Aber mit einem Bär zusammen. Bär hat bestimmt gecarried. Guck mal, hier hat noch so ein Panther. So, Fokus. Fokus, Schmokus. Fokus. Der B-Nah. Achso, ja, schauen wir uns mal die Maschine an. Das wäre eine Idee. Telemetrie-Protokoll. Okay. Akkoholte Waffe untersuchen. Hätten wir nur Schnee in der Nähe. Da drüben ist noch ein Spot. Jo. Lagerausrüstung. Was auch immer das Runterfallen gerade war. Hallo. Was hast du rausgefunden? Das war ein geplanter Angriff. Ich fand ein Lager. Da oben. Die Rebellen hatten den Ort hier mindestens ein paar Tage lang beobachtet. Sie warteten darauf, dass die Zenith auftaucht. Nur um die Waffe zu testen. Die Zeniths haben einen Schild, der sie unverwundbar macht, aber die Waffe hat ihn ausgeschaltet. Der Oseram, der sie bediente, hat Daten darüber weitergeleitet. Das Ding war wohl nur ein Prototyp. Ich kenne Bastler, die das so machen. Erst ein paar Versuche, bevor es richtig losgehen kann. Es war wohl noch nicht serienreif, weil es explodiert ist. Sie suchte etwas, das sie verloren hatte. Ihre Drohne hatte den Befehl, das Ziel zu finden. Das Ziel, ist das die Unterfunktion, die wir hier suchen. Luthier. Ich weiß nicht. Dann komm, gehen wir zur Wahl. Könnt ihr nicht irgendwie diesen ultramodernen Roboter auseinandernehmen und irgendwas cooles aus dem rausholen oder so? Irgendwie die Waffen oder so? Wenn so kaputt sieht der jetzt nicht aus. Die Waffe kann man doch bestimmt rausziehen. Na gut, dann halt nicht. Die SOS-Koordinaten sind aber hier vorne in der Höhle. So, hallo. Ich habe hier ein gewisses Ziel gesucht. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich schätze, es ist da unten. Na schön, dann mal runter. Ernd, du bleibst hier und passt auf. Die Sineth ist nicht die einzige ihrer Art. Ich will nicht überrascht werden, wenn die anderen auftauchen. Melde dich per Fokus, wenn dir etwas auffällt. Okay. Wenn Ärger auftaucht, melde ich mich. Los geht's. Da wurde der Junge einfach abgestellt. Besuche die Anlage. Hier unten ist eine Ruine der alten Welt. Du sagtest, die Sineths hätten ihr eigenes Backup von Gaia? Ja, aus dem Testlabor. Vielleicht waren sie hinter Eluthier hier. Sie fanden ihr Versteck und sie sendete das Notsignal. Oh, da seht ihr das Notsignal gesendet und die Sineth und wir haben den Ort gefunden dadurch. Auch möglich. Ich glaube, in die andere Richtung ist richtiger. Und Ehren da eigentlich sich ein Hammer hin. Ne? Gute Frage. Braucht er nicht. Der weiß schon, dass er in der Mission nicht kämpfen darf. Der hat das Skript schon gelesen. Sieht wie eine Art Rechenzentrum aus. Von der Konsole aus kann man wohl auf alle Systeme zugreifen. Kann man lesen? Nö. Okay. Na dann, drücken wir mal die Konsole. Mal herausfinden, was hier abgeht. Oh, was ist das denn? Holy shit. So einen Sender habe ich noch nie gesehen. Sieht nach Selbstzerstörung aus. Das ist dieses Sineth-Material, was sich zu Gold verflüssigen kann, wenn es nicht mehr gebraucht wird. Irgendwas, die haben ja so selbstformende Sachen. Richtig crazy. Das war ein Far-Zenith-Forschungslabor. Von hier aus wurden kürzlich wohl große Datenmengen gesendet. Von dem Gerät in der Nähe. Die Luthier ist also weg? Vermutlich. Wenn sie überhaupt je hier war. Und wieder erkunden wir eine far-zene Truine. Ich mag es aber nicht, wenn man stehen bleiben muss, um den Dialog zu hören. Und dann überlappen sich auf einmal so sieben Dialoge. Aber passiert. Wenn ich es wüsste, würde ich stehen bleiben. Dann weiß ich es meistens immer erst, wenn es zu spät ist. Es ging noch eine Treppe hoch. Muss ich mir merken, weil hier geht es ganz schön weit rein. Okay. Und die einfach mit zum Sammeln. Dieses Zeug. Ihr fragt mich, was sie hier gemacht haben. Wie ich, falls sie nicht kenne, haben sie hier erstaunlich... Ich glaube nicht. Ah. Schon wieder einfach. Wenn ich hier irgendwas gescannt habe. Ich bleibe hier stehen und drücke nichts mehr, wenn die reden. Der Ort hier ist ja riesig. Eine Art Lagerraum. Vielleicht ist das Ziel ja hier irgendwo. Falls ja. Konnt die Zenith es irgendwie nicht finden. Sehen wir uns mal um. Also... Ja, er ist groß. Wie kommt Ernd mit all dem zurecht? Wirklich. Naja. Gaia, die Zeniths, der Fokus. Es ist viel. Aber als ich ihn im Schrecken fand und sagte, dass du Hilfe brauchst, ließ er sofort alles fallen und kehrte um. Er ist loyal. Er ist loyal. Das steht fest. So. Halle ist ganz schön groß. Eigentlich genug Platz für ein paar Kampfroboter, die mich umbringen wollen. Die Tür sprengt. Eine Steuerkonsole für die Speichereinheiten. Kann sie uns sagen, ob das Ziel in einer ist? Tja, finden wir es raus. Ganz ruhig. Das kommt für später zum Vorrat. Erst mal gucke ich die Türen an, die ich öffnen kann. Boah, der Roboter hat sich halt so gelohnt. Das können wir noch mitnehmen. Da unten ist noch eine Kiste. Denken wir dann auf dem Rückwegkräft was an. Ist so viel Platz für irgendeinen Kampf. Vielleicht kommt so ein Killerroboter. Boah, so ein Killerroboter zu bekämpfen wäre schon cool. Doch, das hier kommt ein Killerroboter. Da ist ein Killerroboter reingekrabbelt gleich. Dann gucken wir mal das an. 236 Behälter werden gelagert. Bitte geben Sie die gewünschte Behälternummer ein. 236? War da nicht eine Zahl aus dem Notrufsignal? Ja. Steht im Protokoll. Bitte Behälter 260. Oh mein Gott, das gibt es noch eine bestimmte Zahl, wo irgendein Secret drin ist. Geben wir 420 ein. 236 Behälter werden gelagert. Das überschreibt aber die Menge. Mit dem Fehler. Behälter Limit überschlippen. Okay. Okay. Wie wäre es mit der? Wieder leer. Okay, wir probieren jetzt alle von Anfang an eins. Gleich. 007. Die hier? Was ist mit der Nummer aus dem Notrufsignal? 236 Behälter werden gelagert. Eins. Bitte geben Sie die gewünschte Behälternummer ein. Gleich die hier. Nichts. 236 Behälter werden gelagert. Bitte geben Sie die gewünschte Behälternummer ein. Ich gehe es mit der. Danach gehen wir mal ins Protokoll. Ich weiß mal, euer Ketz. Wir probieren gerade aus Spaß herum. Tut mir leid. Ich gebe ja sofort. Leute, könnt ihr mal aufhören Zahlen über der 236 zu schreiben? Seid doch nicht ganz doof. Hab ich doch schon probiert. Geht ja nicht drüber. So. Notsignal. 237. Jo. Die ist auch doof. 236 Behälter werden gelagert. Eins drüber. Noch ein Alloy-Klon. Mehr Alloys. Let's go. Gottdammit. Ist wirklich ein Alloy-Klon. Das bist du. Kalt wie Eis. Das stammt wohl von ihrem Kopf. Aber wieso? Hallo, Elisabeth. Sorry, ich weiß nicht, wie ich dich sonst nennen soll. Mein Name ist Beta. Ich muss mich kurz fassen. Wir bleiben nur ein paar Minuten, bis man bemerkt, dass ich weg bin. Und ich muss nur das Implantat entfernen. Ich wollte bei dir Schutz suchen, aber wenn du das siehst, bin ich wohl tot. Hüte dich vor Versehen. Sei vorsichtig. Sie sind gnadenlos und haben jetzt Eludia, Artemis und Apollo. Aber Ihnen fehlt der Gaia-Kern als Basis. Du musst Erfolg haben. Sonst war alles umsonst. Viel Glück. Und adieu. Phantome. Oh Mensch, sie können fliegen. Eloy. Eloy, kannst du mich hier durchhören? Was ist los, Errent? Zwei von den Phantomdingern sind runtergefallen. Eins von denen ist auf dem Weg zu dir. Das andere wartet hier oben. Wir kommen hoch. Bleib in Deckung, bis ich da bin. Alles klar. Bringen sie in dem Raum in Deckung. Was immer passiert, sie bleibt bei uns. Ist es die, die vorn mit den anderen unterwegs war gestern? Oder ist es nochmal eine neue Klonin? Aber die hat den Kern behalten. Es müsste die sein, die gestern mit denen unterwegs war. Ich kann es nicht zur Wahl und dem Klon lassen. Phantomfight. Komm her, mein Diggerchen. Wo bist du? Da kommt sie! Hallo. Phantom. Stufe 25, Kampf. Mittel schwer. Eine hochentwickelte mobile Kampfdrohne mit ihren goldenen, panzerähnlichen Platten können sich in Waffen verwandeln und sich wieder befestigen, wenn sie abgerissen werden. Okay, was machen wir bei dir kaputt? Wie bekämpfen wir dich? Auf jeden Fall oben das Gewehr. Die Gewehre können wir wegschießen. Was ist eine Schwachstelle? Schwachstelle. Schwachstelle ist der... Der Arsch. Okay. Arsch kaputt machen klingt gut. Wenn ich die hier abmache, dann kann es wahrscheinlich... Äh... Die Gewehre nicht mehr halten, ne? Die Vektordrüse. Okay. Ja, also ich probiere dann erst mal... Dann fände ich gegen Säure sind auf jeden Fall. Ich versuche erst mal den Arsch. Und die Geschütze. Ah, aua. Hm, hässliches kleines Ding, was? Kannst du das nicht hässlich nennen, was mich gerade umbringt, Eloy? Aua. Ich gehe nicht auf. So. Boah, wie das sich transformiert, das komplette Ding. Ich weiß nicht mehr, was... Was ist. Er hat Schwachstellen? Das... Den Arsch da hinten. Den ihn nicht treffen. Weil da so viel Panzerung rum ist. Au, 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 au. Ich erkenne nichts bei den Dingen. Wo sind die Gewehre überhaupt hin? Kann ich überhaupt was abschießen bei dir? Oh, das hat mir den Poppes gezeigt. Müssen wir Pfeile machen? Ach, das Ding ist schnell. Kann ich irgendwie... Das macht ihm überall Schaden. Aber nicht viel. Okay. Da ist der Schwachstellen. Aua. Ich finde nicht, dass du mich da triffst. Aber hallo. Das Goldene ist... Ja. Mach dann gerne mal zwei Angriffe und so. Sterblich ist es auch nicht, aber... Schau stabil, das Ding. Aua. Oh, es hat irgendwas geschossen. Kann ich mitbekommen. Au. Noch mal in meine Richtung gehauen. Noch mal gehauen. Jetzt chillt's wieder. Oh mein Gott. Ich hab's geschafft, ein Teil abzuschießen. Nach 200 Pfeilen. Okay. Dann zeigt mir noch mal die Schwachstellen. Uh. Aua. Wird hier rumgereicht von dem Ding. Schwachstellen. Schwachstellen. Der Versagst die ganze Zeit. Machen wir doch mal Säule, Pfeile. Säule, 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 Pfeile. Säule. Wenn du hochgehst, geh ich runter. Au. Ich muss nachsetzen, solange die Säule wirft. Ich würde gerne nachsetzen. Okay. Ich hab glaub ich keinmal den da hinten reingetroffen bisher. Oh mein Gott. Was hab ich getroffen, was 500 Schaden gemacht hat? 300 Schaden. Ich hab die Schwachstellen gefunden. Die war nur... Es waren richtig fette Panzerplatten obendrauf. Geht es dir gut, Eloy? Ja, ich bin auf dem Weg nach unten. Bleib erst mal hier unten mit dem Klon. Die Stellen sind die Schwachstellen dann. Okay. Ich komm nach, wenn die Luft rein ist. Das Teilgeflicht. Okay. Das ist in meinem Vorrat, wenn ich es brauche. Ist hier irgendwas abgetrennt, was ich aufheben kann? Nö, hier ist ein bisschen Goldsaft runtergefallen, der sich so bewegt, aber den kann ich nicht aufheben. Okay. Äh, ihr seid schon fertig? Ich kann einfach rausgehen? Okay. Eventuell ist der Werfer effektiv. Den hab ich halt nicht gelevelt, also. Eine ungelevelte Waffe wird hier nicht viel Schaden machen, wenn meine blaue Waffe wieder nach oben und mich um das andere Phantom kümmern. Hoffentlich bleibt Errend in Deckung. Ein zweites Phantom. Der hat ihn bestimmt mit dem Hammer jetzt getötet, wenn ich oben rauskomme. Mach mich stolz, Errend. Das Phantom schaltet auf Stur. Es hat mich festgesetzt. Halt durch. Ich bin gleich da. Vereil dich. Ja, ja, zehn Sekunden. Ich muss zu Errend. Ach, jetzt bleibt er nicht am Eis hängen. Errend, ich bin hier. Das ist jetzt einfach. Das Ding schießt wie verrückt. Das ist sehr schön, Eloy. Schön, dass du Schneeflocken im Gesicht hast, Eloy. Ich greife es ja nicht direkt an. Achso, das fällt hier um, wenn ich das mache. Oh mein Gott, da drin sitzt echt so ein kleiner Pixel, wo man angreifen kann. Holy moly. Wenn ich da die blauen Stellen treffe, das ist der Damage-Spot. Okay, Errend haut halt einfach echt mit seinem Hammer drauf. Okay, wir machen erst mal wieder Säure. Und dann... Jetzt möchte ich diesen Bogen mit diesen panzerbrechenden Pfeilen. Warte, ich habe noch eine Idee. Warum kann ich... Ja, eins. Ah, danke. Wie viel erinnert mich irgendwie an Dauntless. Das freut mich für dich. Mich nicht. Warum bin ich so unhöflich, Zombie? Ich weiß doch auch nicht. Ich höre meine Unsichtbarkeit an. Danke, danke, danke. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt für Plasma. Nein, nein. Er rennt. Er rennt, verpisst dich vor mir. Ich muss mich anschleichen hinten. Oh mein Gott, warum läuft der hier mit rum? Willst du das auskritzen? Soll ich das machen, Elos? Es wäre so easy gewesen, hätte er mich nicht gesehen. Hätte ich mich aber angeschlichen. Aber Elos läuft halt einfach in mir mit rum. Ja, ich nehme erst mal einen Trank. Sekunde. Ich werde den Stein da hängen. Hätte ich zum Füllen oben gedrückt. Habe ich noch 6 Bernd? Ah ja. Schießt mit Plasma? Ich habe nicht mal Plasma, Eren. Wo kriegt man diese Technologie her? Ich habe von Plasma bisher nur gehört. Ich werde das Ding sich auflösen. Ne? Das ist die Schwanz. Au, au, au. Oh mein Gott. Ich wollte jetzt einfach mal so ein Maschinengewehr raus. Oh nein, ist gut. Hier hat er mit seinem Hammer überhaupt eine Sekunde überlebt. Moment mal, ich mache mal kurz Fenster zu. Hier ist echt Lärm. Okay. Ich glaube, Nachbarn haben sich gerade unten bei ihrem Auto gestritten. Das brauche ich nicht hier im Stream. Geht ihr beide voran? Ich muss mir nochmal die Waffe ansehen. Wenn ich herausfinde, wie sie funktioniert, werden die Zenits vielleicht nicht so unbesiegbar bleiben. Oh, sowas hätte ich gerne. Wegen den Roboter genutzt. Ups. So, was, die bringen die jetzt in die Basis, oder? Mein Klon. Beta. Da ist ein bisschen Suppi. Oh, Suppi tut weh, wenn ich reintrete. Sachen für den Vorrat. Jetzt irgendwie doch nicht mehr. Das ist auch, ich wollte mich am Anfang anschleichen und auf einmal fängt das Ding an, sich umzudrehen und mich anzugreifen. Ich dachte, ich kann da so direkt so einen Finisher machen, oder so. Erstmal Heilung erfüllen. So, untersuche die Waffe. Okay, die da oben liegt. Ach, die, die abkühlen musste. Die musste warten, bis die Quest vorbei ist. Natürlich. Hier gibt's den. Nein. Verdammt. Gut. Besser als nichts. Nicht komplett zerfallen, immerhin. Ladebücher. Ich muss das Waffenteil zur Analyse zu Gaia bringen. Ah. Wenn wir sie nachbauen können, gibt es vielleicht einen Weg, die Sinitz zu besiegen. Ich sollte auch nach dem Klonen sehen. Bal, wo ist unser Gast? Sind im Wartungsbereich unter dem Kontrollraum. Okay. Bist du sicher, dass das da steht? Ich sag's dir. Es ist ein Getränk. Und es hieß Brause. Wie braust es denn? Hier steht, es war ein Bläschen drin. Gut, dass das verloren gegangen ist. Wir können nicht erwarten, dass wir alles von den Alten verstehen. Okay, die beiden dürfen euch unterhalten. Ich hole mir mal kurz nochmal was zu trinken. Wollen wir jetzt auch Brause. Bis gleich. Ich hoffe, sie sagen lustige Sachen. Wo habe ich das schon mal gesehen? Wo habe ich das schon mal gesehen? Oh, oh. Ah, da ist es. 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 Der gute VR-Gamer. Ah, da ist es. 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 Äh, ich weiß noch nicht. Ich denke, es muss noch andere in der Basis oder im Schiff geben. Soweit ich weiß, könnten auch noch weitere im Weltraum sein. Andere Überlebende der Kolonie. Oder es leben halt nur noch so fünf, sechs Stück von denen. Was dann aber ein bisschen wertgürtig wäre, wenn sie die Erde nochmal zerstören wollen und neu aufbauen, aber gut. Du sagtest, dass die Zenith-Kolonie im Sirius-System zerstört wurde. Was ist passiert? Das waren die bestimmt einfach selber. Wie bist du den Zeniths entkommen? Vor dem Hades-Testlabor hätte ich nie gedacht, dass ich freikomme. Wäre ich geflohen. Hätte ich niemals allein in der Wildnis überlebt. Dann habe ich dich gesehen. Und ich dachte, vielleicht kannst du mir helfen. Und als sie Zeniths Eluthias Position in der Biomedizinischen Forschungsstation anzeigten, sah ich eine Chance. Du sagtest, du sahst eine Fluchtmöglichkeit, als du auf dem Weg warst, Eluthia zu fassen. Was genau hast du gemacht? Wenn ich auf eine Mission geschickt wurde, um eine nachrangige Funktion zurückzuholen, war nur ein Zenith mit dabei. Und wurde von den Rebellen getötet. Außerhalb der Anlage. Verbena ist tot? Wie haben sie ihren Schild ausgeschaltet? Ich sehe mir das mal an. Aber du sprachst gerade von deiner Flucht? Smart, smart. Du bist auf dem Weg zur Erde geboren. In einer künstlichen Gebärmutter, nehme ich an. Die Zeniths hatten eine Ektogenese-Kammer auf dem Schiff. Ein Update von der, in der du mich gefunden hast. Sie müssen eine gespeicherte Probe von Elisabeths DNA benutzt haben. Elisabeth hat sich sicher nicht DNA von ihnen entnehmen lassen. Weißt du, wie sie sie bekommen haben? Das war nicht Bestandteil des Archivs, auf das ich Zugriff hatte. Schade. Hätte ich gern gewusst. Du sagtest, dass du Jahre in einem Trainingsinterface verbracht hast. War dieses Archiv ein Teil davon? Aber nur die Teile, auf die ich zugreifen durfte. Aristoteles und Aspasia, die Avatare des Archivs, wiesen mir Lernmodule zu und bewerteten meinen Fortschritt. Warte mal, diese Namen. Sie waren als virtuelle Leiter der Apollo-Datenbank vorgesehen, bevor Ted Farrow sie gelöscht hat. Die Zeniths haben eine Kopie. Also existiert sie noch. Und du musst von ihr lernen. Nur was als relevant für die Mission erachtet wurde. Wenn ich Informationen außerhalb der Vorgaben anfragte, lehnten meine Tutoren das ab. Dieses ganze Wissen zu haben, außer Reichweite, das muss frustrierend sein. Das ist alles sehr weird, aber sehr gut, dass Apollo irgendwie noch erreichbar ist. Das Wissen der Menschheit. In Ordnung. Ich glaub, das reicht erst mal. Willst du nach oben kommen, oder? Also wie lang? Du weißt doch, dein Plan. Bis wann kann Gaia eine Maschine bauen, die die Zeniths besiegen kann? Woher weißt du das? Optimale Strategie. Und? Ich brauch immer noch zwei weitere nachrangige Funktionen, bevor Gaia stark genug ist, um Hephaestus zu absorbieren. Was? Du hast Hephaestus noch nicht? Gaia probiert noch, wie es am besten aufzunehmen ist. Es ist nicht an einen festen... ...festen Ort gebunden. Natürlich nicht. Du solltest jetzt längst weiter sein. Du wusstest nicht, bei wer die Zeniths wirklich sind. Dazu kommen beiden Fehler. Sie werden diesen Ort finden. Sie werden ihn finden und mich zurückbringen. Das hier war alles umsonst. Sie werden uns nicht finden. Gaia verschleiert mit Hilfe von Minerva unseren Standort. Was macht das für einen Unterschied? Du bist so weit zurück. Wir werden sie niemals schlagen. Alles. Und jeder. wird sterben. Hey. Ganz ruhig. Rama Queen. Du bist jetzt hier, oder? Also kannst du irgendwie helfen. Ich hab bestimmte Wissenssätze. Und an deinem Fortschritt gemessen. Expertise, die dir wohl fehlt. Natürlich Geobautechnik. Computerwissenschaft, Physik, Biologie, Chemie. Okay. Ja. Guck mal, ob du damit was anfangen kannst. Sprich mit Gaia. Guck später nach dir. Alter, wir haben Smart-Aloy freigeschaltet. Wie war's? Ihre Verletzung ist nicht schlimm. Aber sie bereut es, hergekommen zu sein. Beruht wohl auf Gegenseitigkeit. Hm. Ich komm später wieder und sprech mit dir. Vielleicht kann ich was rausfinden. Ich sollte das Waffenteil zu Gaia bringen. Wie? Du hast noch nicht alles fertig? Du hast doch nicht die Welt gerettet? Nein. Deswegen haben wir nicht gefunden. Mach dein Fokus wieder Probleme? Schon okay. Ich kann ihn mir mal ansehen. Ne. Es geht schon, wenn ich ein paar Mal mit dem Daumen draufklopfe. Macht aber alles kaputt, der Junge. Okay. Dann reden wir erstmal mit Gaia. Erstmal gucken, ob Gaia irgendwas über diesen Kern versteht, den wir da gefunden haben. Für die Waffe. Willkommen zurück. Hallo. Führe Scan durch. Erledigt. Ein Abgleich der Ergebnisse mit Daten deines Fokus zeigt, dass die Waffe im Vergleich zur Zenith-Technologie sehr weit fortgeschritten ist. Aber nicht wie sie funktioniert. Hat die Explosion die Daten beschädigt? Es war nur ein Auslöser. In dem Moment, als die Waffe versagte, hat sie wohl einen Befehl ausgelöst, all ihre Daten zu löschen. Anscheinend sollte das verhindern, dass Informationen über die Waffe an den Feind gelangen. Die Konstrukteure dieser Waffe wussten, wie man Spuren verwischt. Silence. Basierend auf deinen Daten zu ihm, komme ich zu dem gleichen Schluss. Und er wird nicht mit uns kooperieren. Naja, ein Versuch war's wert. Aber das ist nicht alles. Die Zeniths haben mir Luthier. Genau wie Artemis und Apollo. Das ist bedauerlich. Allerdings bleibt unser ursprünglicher Plan unverändert. Die zwei nachrangigen Funktionen sollten meine heuristische Prozessordichte erhöhen, um Hephaestus absorbieren zu können. Okay. Eins nach dem anderen. Tja, ich geh wohl besser wieder raus. Viel Glück bei deiner Suche. Gut. Er war eigentlich Silence. Wieso kann er sowas? Dann werden wir wohl Silence Waffe nicht benutzen. Silence war in dem Gebiet, wo Aloy groß wurde. Ich glaube, eine der einzigen Personen, die er auch im Fokus benutzt hat. Und war ein Typ, der sehr viel geforscht hat. Und man dachte erst, die ist gut. Und jetzt ist er so, ja, ich will was Gutes, aber ich mache alles irgendwie dabei auf einem bösen Weg. Und deswegen findet man den nicht cool. Ja. Wir haben noch einen weiteren Klon von Elizabeth bei uns. Ich kann mich davon nicht ablenken lassen. Ich muss noch zwei nachrangige Funktionen auftreiben. Das ist etwas laut, er rennt. Ich weiß. Man will irgendwie auf etwas einschlagen. Wohl eher auf jemanden. Ich habe das nur durch dich entdeckt. Jeder macht mal Fehler. Wenn in der letzten Stunde passiert, habe ich was Wichtiges verpasst. Ja. Du hast viel Wichtiges verpasst. Ich würde in der Aufzeichnung auf jeden Fall gucken. Wenn du das mitkriegen willst. Da ist sehr, sehr, sehr viel Lore passiert. So viel, um das jetzt schnell mal zusammenzufassen. Ja, hier ist irgendwo eine Nebenquest. Lass die doch mal mitnehmen. Was mit dem zweiten Gaia-Kern? Ja, den haben wir. Wir haben jetzt beide Gaia-Kerne. Das ist ja ganz gut. Du hast eine Nebenquest. Achso, die will ja, dass wir ihre Roboter reparieren. Sie meinte, sie hat ja einen Plan. Das war die Nebenquest. Okay. Ein wenig. Val meinte, sie könnte uns bei unserer Mission helfen. Vielleicht. Da ist etwas, das ich besprechen möchte. Es geht um die Landgötter. Natürlich nur, wenn du Zeit hast. Ach, das kann sein, Marix. Ja, 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 ja. Also kann sein, dass Silence auch noch älter ist, als er vorgibt, es zu tun. Vielleicht ist er auch so ein Zenith. Und vorne auch schon einer überlegt. Jo. Ähm, die Landgötter. Du wolltest über die Landgötter sprechen? Man könnte sie womöglich heilen, sodass sie Reinklang wieder mit Getreide versorgen können. Gaia gab mir einige Anweisungen. Sie nannte es Neustart-Code. Wenn wir ihn zu den Landgöttern bringen, wird ihre Störung enden. Das ist großartig. Vielleicht. Der Weg ist steinig. Wenn der Code nicht von Hephaestus kommt, werden die Landgötter ihn verweigern. Gaia weiß, wie man das umgeht. Wir brauchen Teile namens Kontrollkerne aus Maschinen, die von Hephaestus stammen. Maschinen ähnlich den Landgöttern. Du meinst Grimmhörner. Wie das beim Kampf in der Werkstatt. Ja. Gaia hat mir geholfen, im Westen 2 zu finden. Gut. Die Maschinen erledigen. Die Kontrollkerne holen, um damit den Neustart-Code so anzupassen, dass die Landgötter gehorchen, wenn alles gut geht. Aber zwei Grimmhörner zu erlegen, wird nicht einfach. Wir machen es gemeinsam. Sei gesegnet. Ich schicke dir die Position der Maschinen. Okay. Cool. Dann helfen wir den Landgöttern. Der Boden erblühe unter deinen Schritten. Danke, 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 danke. Eloy. In der Kiste sind noch Vorräte. Bedien dich. Don't mind if I do. So. Ich habe die Displays umfunktioniert, um regelmäßige Aktivitäten in der Region zu verfolgen. Eine nützliche Kriegskarte. Wer hat das gesagt? Keine Ahnung. Ähm. Leute. Es gibt Gesichtsbemalung und Farben. Wie kann ich 20 Stunden in diesem Spiel sein und immer noch keins von beiden verwenden können? Wo habe ich was übersehen? Wie süß ist der Boden? Erblühe unter deinen Schritten, bitte. Ja, das ist cool. Das ist von der hier im Stamm. Ich habe mich auch schon gefragt. Okay. Gut, dann wissen wir es halt nicht. Die Alten haben so viel Wunderbares erfunden, um anderen zu helfen. Um dem Planeten zu helfen. Technologie kann wirklich fantastisch sein. Bis sie einen eigenen Verstand entwickelt wird. Äh. Ist mir merkwürdig, dass man hier drin nicht schnell reisen kann. Muss ein bisschen angenehmer machen. Aber gehen wir mal zu Fuß raus. Wollen die wieder Fisch mal fragen? Ich glaube, die haben das auch noch nicht. Das ist immer cool. Es lädt, glaube ich, so die Welt oder sowas. Aber es ist immer sehr erschreckend, wenn es kurz schwarz wird. Ich denke, man schmiert alles ab. Äh. Wollen wir den Langhals da machen? Ja, Langhals machen klingt auch nach einer Aufgabe. Danach machen wir die Nebenquist. Nicht Eta. 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 Eta machen wir später. Äh. Wo wollte die Roboter klatschen mit mir? Geil. Gucken wir unter Quests. Zweite Strophe. Leidende Landgötter heilen. Genau. Level 25 Quest. Sehr nice. Bei dem Lagerfeuer? Ja, bei dem Lagerfeuer. Okay. Du. Nein. Lass mich nicht in eure Nebenquests verstricken. Wo ist der Langhals da? Nein. Jetzt. Und Internet soll ein Färber in jeder größeren Siedlung sein. Ah, okay. Großen Siedlungen finden. Ohne den Regen ist... Habe ich eine große Siedlung? Reinklang. Färberin. Outfit Farben. Uhu. Äh, achso. Kann ich auch wieder einblenden. Äh, ja, ist... Ist, glaube ich, sowas, was ich eigentlich generell nicht fragen müsste oder auch selber finden würde. Aber ich spiele einfach jetzt die ganze Zeit mit diesem, äh, Stress. Dass ich weiß, dass jetzt so viele Spiele noch erscheinen und dass ich da auf jeden Fall die Story durchhaben will. Auch wenn ich nebenbei noch so ein bisschen erkunden will. Es macht ultra Spaß. So oder so. Aber theoretisch wäre ich noch nicht ansatzweise so weit mit der Story, wie ich jetzt bin. Ich hätte erstmal alle Türme im ersten Gebiet gemacht. Ich will ja immer auch 100% machen. Eigentlich. Hallo Ghana. Ich habe seit der Jägersiedlung keine mehr gesehen. Ich wusste nicht, dass Utaro so weit nach Osten reisen. Es ist wegen meiner Farbe. Ich will lernen, wie andere Stämme mit Wurzeln und Pflanzen färben. Es ist erstaunlich, was der richtige Farbton aus einer einfachen Rüstung machen kann. Ich habe Muster dabei, falls du interessiert bist. Ja, das ist Aloy aus Fall Guys, richtig. Jo, die sind voll cool. Ich will die hier. Purpune Blüte. Zwei Stück. Habe ich nicht. Schade. Grauer Dämmerung. Es ist cool, dass man die umfärben kann. Ich glaube, die Farben hebe ich mir dann auf. Kann ich auch diese Ultra Rüstung umfärben? Oh ja, cool. Ah, das ist cool, dass man die alle einfärben kann. Okay. Aber es betrifft immer noch nicht die Gesichtsbemalungen. Da habe ich immer noch keine Antwort. Die sind wunderschön. Das ist nichts im Vergleich zur Arbeit der Tenakt-Färber. Sie sind vielleicht nicht der freundlichste Stamm. Doch wenn man ihren Färbern Pflanzen bringt, kann es vorkommen, dass sie ihr Wissen teilen. Ich halte nach ihnen Ausschau. Okay, die Tenakt können noch besser färben. Denkt okay. Ja, die haben wir glaube ich schon mal gesehen, die Rüstungen. Können wir mal auch Spulen kaufen mit Geld. Äh, Tonekönig hat es bei mir auch. Musst du selber wissen, ob... Also, ich hab... Beim PC ist es noch nicht kaputt. Aber ja, weil es halt eine Ex ist, die du aus dem Internet runterlädst, ne? Ist halt ein Spiel. Von einfach irgendeiner Webseite. Deswegen sitzt warnt da Google. Kannst du uns gerne durch Virenprogramme oder so jagen. Wenn du da so unsicher bist. Wie lange wirst du heute ungefähr noch machen? Äh, wieder so bis 2 und... So 21.30 Uhr. Und dann rede ich nochmal ein bisschen mit euch oder so. Hauptquests wird heute keine mehr gemacht. Nur noch so ein bisschen Nebenquest-Kram und so. Wie zum Beispiel der Läufer. Hey, noch ein Maut oder ist es tot? Nicht tot. Sehr schön. Ah, da vorne ist er ja schon. Aua. Unhöflich. Okay, die wilden Bestienbräu nicht unbedingt bekämpfen. Jetzt! Was seid ihr? Herr Wüster. Hm, irgendwie fehlt hier dieses große Gebäude, um da einfach hochzuklettern. Würde ich spontan sagen. Ich weine die so schnell. Leute, warum ist da ein Schloss dran? Heißt das Schloss, dass ich das noch nicht machen kann? Weil an den anderen waren nie ein Schloss dran. Ich habe das Lagerfeuer da wohl. Ich denke auch mal ja. Eigentlich sagt mir sonst immer Aloy, wenn sowas nicht möglich ist. Aber Aloy hat scheinbar keinen Bock drüber zu reden. Was sucht überhaupt nach mir, dass ich nicht speichern darf? Dann läuft auch wieder so ein Digga rum. Stufe 30 Donner Kiefer. Ja, besser als der Stufe 50 Donner Kiefer immerhin. Okay, dann speichere ich halt nicht. Von dir brauche ich Zeug. Nabelschwein. Zum Taschen upgraden. Alles passt, dann kann ich nach dem heutigen Stream wieder meine Taschen mit dem Nabelschwein Zeug upgraden. Ganz ruhig, Aloy. Muss hier ein bisschen in der Wüste Zeug machen. Ja, die kommen wir ja. Fein. Mit dem Gleiter, keine Ahnung, ob das funktioniert, aber vielleicht mit dem Gleiter von dem Berg auffliegen, wenn das so weit geht. Ne, ne, der Gleiter fliegt fast gar nicht. Du fällst gefühlt gerade runter. Der ist nicht so krass. So, dann reisen wir da rüber zu dem Lager. Da ist auch irgendwas Unbekanntes in der Nähe. Und dann helfen wir der zwei Verwüsterdinger zu bekämpfen. Hier finden wir laut so Grimhörner, deren Teile sie zur Heilung von Rheinklangs Landgöttern braucht. Ich sag ihr, dass ich hier bin. Aber wir machen noch den, äh, das hier machen wir später noch. Das ist richtig weit im Norden. Die Brutstätte. Ich weiß nicht, ob wir noch eine andere Brutstätte sonst haben. Brutstätten mache ich gerne alle. Das ist die einzige, die ich gerade sehe. Lass wir Heilung wieder ein bisschen auffüllen. Die Grimhörner, deren Teile so wollte, müssten hier in der Nähe sein. Ich sag ihr, dass ich da bin. Hey, so. Ich bin am Grimhornort. Kannst du kommen? Ich bin bald da. Aloy, gut, dass wir das zusammen machen. Die Grimhörner, die wir brauchen, müssten im Norden sein. Holen wir uns die Kontrollkerne. Okay. Danke nochmal für deine Hilfe. Wenn das klappt. Wenn wir die Landgötter heilen können. Wird mein Volk nicht länger leiden müssen. Wie werden das wohl Fane und der Chor aufnehmen? Sie denken doch, die Vernichtung des Stamms ist unvermeidbar. Wir hatten Unstimmigkeiten, doch. Ich hoffe, sie wären froh, wenn sie sich dabei geirrt hätten. Muss ich das da töten? Und nicht alleine. Wir müssen das jetzt geschickt machen. Ich werde dir folgen. Was ist das? Auch noch ein Feuerbrüllrücken. Boah, das sind da viele. Was ne Quest. Okay, war das nicht so, dass der irgendwie explodieren konnte? Wenn man da jetzt irgendwie was drauf geschossen hat. Der hat so einen Frosttank, ne? Der da oben. Was ist, wenn ich jetzt da Frost drauf schieße, explodiert das dann? Nö. Im Beutel dieses Brührrückens schwach viel Flüssigkeit. Krachtbeutel. Sprengstoff. Bleib möglichst leise. Wie der hier drauf guckt. Hi, na? Muss ich den heizen? Okay, weißt du was? Wir müssen mal verprögelen. Jungen einfach. Achso, das sind die, die so easy Damage kriegen. Warte. Pfeile reinladen. Nicht erfrieren. Nicht erfrieren. Und zack. Ja. Das haut immer richtig schon in der Trenn. Das ist noch ein bisschen noch. Aua. Er ist gehüpft. Ja. Nein. Mir geht's gut. Wie sie nochmal von dem Mammut überrannt wurde. Hä? Hä? Du bist doch neben mir. Okay. Ruf niemanden an. Wir machen das. Und nicht alleine. Wir müssen das jetzt geschickt machen. Nein, ich wollte mich nicht unsicht machen. Okay, warte. Ich mach dir jetzt mal eine Prozent extra Schaden. Eigentlich gut. Laden, laden, laden. Gucken. Macht nur der Nah-Schleich-Nah-Kampf-Extra-Schaden? Oder warum ist das jetzt nicht sofort extra Schaden? Wir machen das hier. Wir machen das hier. Da hat sich was entzündet. Oh. Habe ich den Vogel gerade runtergesprengt? Gut, dass du dich auch geheilt hast. Ah, der hätte getroffen. Okay. Ich oder das Monster? Einfach rein. Ein, bei dem nicht alles explodieren? Sei vorsichtig, Herr Läufer. Ich fühl mich, als würden irgendwie 17 verschiedene Saurier auf mich einprügeln. Hallo, Holzblatt. Oh, hier ist einer tot. Erstmal die Begleiter, dann kurz alles machen lassen. Das wollte ich hier nicht. Heile herstellen, ja. So, erstmal den Bird da weg machen. Oh mein Gott. Kommt aber durch das ganze Gebäude durch, der Junge. Kann ich irgendwie den zum Abstürzen bringen? Bei so ein paar Buchen. Eigentlich bleibt der gerade in der Luft stehen, ne? Okay, jetzt. Hallo, Saurier. Ich weiß nicht, was mich getroffen hat, aber danke. Bei Heile herstellen. Das sind echt viele. So, wo ist der Flugsberg? Ich will nicht allein kämpfen. Ja, ist verständlich. Schade, dass es sich bei mir die ganze Zeit anfühlt, als würde ich allein kämpfen, ne? Vielleicht sollten wir Säure einsetzen. Können wir auch machen. Können wir aber die Panzerung auch nicht gerne abballern. Ich wollte gucken, was die da gerade neben mich geworfen hat. Ich wollte mich einfach nur ablenken. Tja, es ist so viel los. Wo ist der Bird? Das ist meine! Nein. Nein. Wie können diese breiten Hörner so schwer zu treffen werden? Ich glaube, ich ziel da hin, ja. Das ist, glaube ich, ein guter Spot. Der wackelt auch nicht so sehr. Doch so schwer zu treffen, scheinbar. Aber ein bisschen die Umgebung nutzen. Jetzt will ich mich komplett wegmobben. Wo ist der Vogel? Klaasal. Drei Pfeile reinladen. Reingeschossen. Drei Pfeile reinladen. Pam. Da ist er runtergestürzt. So. Vogel ist weg. Okay, der fette T-Rex will hier wieder Feuer spucken. Eins der zweiten Langrader ist hier. So. Mehr wollte ich sowas von wegkrammen. Ja gut, aber wenn ich auf die Spitzen ziehe, dann treffe ich die Schwachpunkte besser. Ich glaube, das wird allgemein alles leichter gemacht. Würde ich diese Kanonen bei runterballern von denen. Ja. Über die Schaden, der er trotzdem allgemein hat. Hätte ich nichts gemacht. Komm schon, Auto-Aim Pfeile. Ich habe das Horn. Ja. Ach, okay. Dann werde ich gewonnen hittet. Nachdem ich zehn Minuten hier kämpfe. War ich nicht voll? Wahrscheinlich war ich nicht voll. Nein, tust du nicht. Okay, wir machen es besser. Wir machen es besser. Wir kämpfen nicht gegen alles gleichzeitig. Hier ist ja kein Viech, was Alarm schlägt. Also eigentlich könnten wir bestimmt einen einzeln herpolen. Wenn ich jetzt den da anschieße, der kommt doch her. Alleine. Kommt aber mal gucken, was hat mir da gerade in den Arsch geschossen. Guck mal, der kommt gucken. Benutzt Eis. Okay. So, eingefroren. Pfeffer, los! Erstmal nochmal weg. Einmal, dass du nicht bei mir in der Nähe explodierst. So, der zweite Aurea kommt gucken, was los ist. Wir gehen weg. Ist nie was passiert. Sie schießt nur Feuer auf, dass er aggressiv wird. Aber er jagt nicht mich. So, was hast du denn noch für Schwachpunkte? Das da. Die sind beide gerade nicht aggro. Das ist eigentlich ganz gut. Bleibt mal ein paar mehr Pfeile rein. Komm auf meine Eis-Explosion. Nehmen wir den anderen auf. Das ist schön. Brauch mehr Schaden. So. Eins, zwei, drei. Einer tot. Gut. Na guck mal, im Schniedel kriegt der Schaden. Im Schniedel kriegt der ja richtig Schaden, der Junge. Nein, schon nicht ein bisschen lang. Also, gestern haben wir elf gemacht. So. Jetzt der Vogel. Wo ist ne Tarnung hier oben? Nirgends. Doch da. Hier, direkt nach dem Haus. Das muss ein altes Tenakt-Jagdgebiet sein. Okay. Vielleicht können wir sie für uns nutzen. Hallo? Ach, der sitzt. Sitzt hier irgendwo? Da hinten sitzt. Nee. Ach, der ist kennt doch da hinten. Ich glaube, der sitzt gerade einfach. Einfrieren, hat Ella gesagt. Ja, schwach gegen Eis. So, dann müsste er hierher kommen. Eispfeile. Let's go. Gleiches Stück reinladen. Und it's out. Zack. Eingefroren. Starke Pfeile. Eins, zwei, drei. Aufladen. Und zack. Erstmal aufs Maul kriegen. Braucht den Schwein von dir. Okay, du bist tot. So, haben wir das. Na, es sind irgendwie beide hier. In dem Gegenteil ist hier gerade nur eins. Aber das andere ist ja auch irgendwo. Ähm. Was magst du nicht? Säure hieß es, ne? Spitzengrimmhorn. Und du bist sogar nochmal ein extra schlimmes Grimmhorn Level 29. Das erklärt auf jeden Fall schon mal, warum du ein Ätzend bist. Du magst einfach Säure nicht. So. Fortgeschrittene Säurefall. Hier bitte. So. Und jetzt. Wenn es angesäuert ist. Dann können wir einfach Angriffe nutzen. Und es. Warum platze ich einfach selber sofort? Alter, wieso probierst du denn die Fallen? Hä? So. Das war jetzt der taktische Versuch. Jetzt balle ich den einfach direkt in den Schniedel und töte alle. Lieber wieder sieben die Sinosaurier gleichzeitig. Nein, halt. Ich will Pfeile reinladen. Das ist die Tasse, die ich suche. Genau. Genau. Ich will Pfeile rein. Ciao. Ich will Pfeile. Ich will Pfeile. Wieso kann ich drei Pfeile schießen, nur die macht so viel Schaden wie ein Pfeil? Versteh ich das nicht? Boom. Au. Okay, alle drei gleichzeitig ist zu viel. Wenn die Pfeile auch direkt unter ihm ist. Ja, die Sache ist, die bei der normalen Sprengfalle, wenn man die aktiviert, ist es erst so ein Luftballon, der sich aufbaut und dann bereit ist, so nach sechs Sekunden. Aber die andere Pfeile, die wir jetzt ausprobiert haben, die Säurefalle, funktioniert scheinbar komplett anders. Boah, schwach gegen Eis. Ja, okay, ich habe ihn nicht mal angeschossen. Ich wollte eigentlich eine Eisfalle probieren oder sowas. Habe ich nicht mal. Was habe ich denn schon wieder? Warum hat Elo eigentlich jedes Mal einen anderen Bogen in der Hand? Ja, du wirst so eingefroren halt, Junge. Ich habe Eismunition, aber ich verstehe nicht, was mir Eismunition bringen soll. Bis halt zwei Sekunden dann am Stillstehen. Was ist rechts von uns? Jetzt alles wieder da ist, ne? Hat hier aber keine Ruhe in dieser Welt. Ja, ich bin tot. Lieber taktisch, ja, ich wollte es probieren, aber... Dann waren da auf einmal 700 Viecher in meinem Kopf. Wie gesagt, nicht weil ich sie mit einer Maschine platziert habe, bist du sofort hochgegangen, weil die anderen Pfeilen, die ich aufgebaut habe, haben auch immer lange gebraucht. Nichts gedrückt, wofür du nicht im Kampf sein darfst. Schau mal meine Ultra-Unsichtbarkeit an. Neue Subnautica wird genau wie so ein Ultra-Selection 1 und 2 im Subnautica-Universum spielen. Hab nochmal nachgeschaut. Sorry, der ist also langweilig. Okay. Ja, endlich ein Subnautica-PVP-Shooter. Was macht das, wenn ich den grünen Knopf anmache? Hab keine Ahnung, ich hab den grün gemacht, den Saurier. Dieser Bombenteppich-Vogel auch. Ja. Dein Schweif ab. Ich weiß nicht mehr, was ich bei dir kaputt machen will. Lass die mal scannen. Seite der Beine. Ja. Okay. Ah, das sind deine Düsenantriebe. Huch, wo kommst du denn her? Haben wir mit meinem Gesicht gespawnt. Ich hab das Gefühl, das geht nicht ab. So. Aber ein Nerfhinger mal weg. In den Schniedel. Ja. Jetzt ist er zu weit weg. Oh mein Gott, das will. Ah. Der Krieg beginnt. Rennt um euer Leben. Auf einmal regnet es hier. Bomben und alles. Hat sie mir auch sagen können, dass es zwei Elite-Versionen von diesem Nashorn sind, die wir bekämpfen müssen, ne? Da haben wir nur gesagt, ja, wir brauchen noch zwei so Nashörner. Oh mein Gott. Weit die auch ballern. Oh mein Gott. Ah, guck mal. Er ist hier runtergekommen. Habt du Eismunition? Ich hab nur puren Stress. Eismunition hab ich leider nicht, sorry. Ich mach die Maschine klapp. Es lief alles so gut bei dem Einschleichversuch. Au. Warum schaffe ich die Dinosaurier 10 Level über mir nicht? Okay, wir machen noch einmal langsam jetzt. Jetzt ist der Krieg nochmal zurückgesetzt, hoffentlich. Ja. Ja. Sind da nur vier Level über mir? Ja, kann sein. Warte, ich schau mal, was das Level der hat. Level 18, der ist sogar unter mir. Level sagt halt gar nichts aus, wenn ich eh alles one-headed. Hab ich irgendwie diesen Sniper-Bogen oder warum laden ich sieben Minuten nach? Ja, hab ich. Kann er die anderen hergerufen? Er hat die anderen hergerufen, ja. Aber wir waren weit genug weg. Okay. Inoffizieller Boss. Jeder Dinosaurier in dem ganzen Spiel ist ein Boss. Okay. Sind halt alle kacke. Die sind auch kacke. Ja, die einzige. Ich hab eigentlich nur zwei Waffen, die ich benutzen kann. Genau. Das ist alles nicht aufgewertet. So. Ja. Das ist schade. Ich kann eben nichts machen. Bei der anderen, die eisanfällig ist, kann ich eher was machen. Ja, aber warte. Was? Ich... Jetzt öffne mal die Seite. Zeig mir doch mal her. Das ist doch, wenn das Eis ist und ich schieße mit Eis drauf, dann explodiert es. Nein? Aber bei dir nicht. Nur Kettenreaktion mit Strom bei dir. Okay. Und bei dir da drüben? Gibt's bei dir eine Kettenreaktion? Auch nur mit Strom. Okay. Also egal, womit ich draufschieße. Ich brauche nicht die Elemente. Wir haben da die Baumstämme. Die können wir runterfallen lassen auf den einen Dino. Ich hasse diese Tiefenwahrnehmung. Wenn man da extra so 100 Baumstämme fallen lässt. Und dann läuft der Dino einfach so. Bleibt genauso wie davor stehen. Hä? Was war das denn? Das war ja komisch. Das sind drei Pfeile. Das sind 100 Schaden. Ein Pfeil? 50 Schaden. So, komm mal mit. Komm mal ganz weit mit weg. Wo gehst du hin? Ich renne weg. Weil. Ich nicht möchte, dass alle gleichzeitig mit uns kämpfen. Weiß nicht, warum ich dem NPC antworte. Aber wenn er so dumm fragt. Hat er auch ne Antwort verdient. Ein Hochauf eingefroren sein. Und langsam mit Drehungen. Aber Spiel sagt immer noch rot. Ja, da unten kommt noch der Feuerspucker anzunehmen. Ja, hier gibt es leider keine Wiese zum Ducken. Hallo. Hallo. Äh, Leute. Bitte hochhüpfen. Bitte hochhüpfen. Bitte hochhüpfen. Bitte hochhüpfen. Oh Mann. Oh. Ich hasse es doch. Es gibt keinen Grund, warum sie sich nicht hochziehen. Was er das meint. Hä? Wo bin ich? Gute Nacht, C-Zone. Da bist du ja. Ich dachte, du wärst weg. Ich und weg? Nee, nee. Aber ich glaub, der Dino will doch mit dir kämpfen. Wenn die jetzt noch Aggro hat. Nehme die hier ins Visier. Also am besten solltest du gar keinen ins Visier nehmen. Da unten ist der andere. Endlich hab ich den Spot von dem anderen gefunden. Ich warte hier auf dich. Ich markieren. Der hat keine Route. Das heißt ja, dass er stehen bleibt generell, ne? Aber er läuft doch. Warum kann ich keine Route von dem markieren? Wesentlich robuster und tödlicher. Hat lustige Kanonen an den Seiten, die man wegmachen kann. Die wirkt er in der Fähigkeit, wenn er entfernt wird, das war ja dasselbe. Ja, Kanonen und Hörner. So, mit den starken Pfeilen. Ja, kann ich. Warum fällt's denn nicht ab? Wo sind die zwei, drei Pfeile hingegangen? Ganz ehrlich. Aua. Auch bald Heiltränke, weil die Pflanzen so langsam heilen. Warum regnet's Bomben? Jo, das war gerade am anderen Ende der Map. Ich hab extra geguckt, wo das andere Hippo ist. Extra kurz geschaut, wo das andere... Nein, Eloy, bitte. Nein, Eloy, nicht klettern. Ultra-Unsichtbarkeit. Hallo, der Faris. Weißt du, mir wird gelb angezeigt, dass ich gar nicht gesehen bin. Und das macht einfach so einen Charge-Angriff. Aber wie steht denn die Gesundheit von den beiden? Voll und, ja, natürlich noch voller. 600 Schaden? Das war die Schwachstelle. Das war ein guter Schleich-Angriff. Sie hat die Waffe fallen gelassen. Kannst du sie brauchen? Sie? Aloy, Säure verlangsamt sie. Säure verlangsamt die? Ja. Ja, Feuer verlangsamt mich auch. Hält endlich weg! So, besäuert. Säure! Aua. Ich dachte, vielleicht darf ich die Waffe aufheben. Oh, was ist das? Den gibt's auch noch? Okay. So, wie ist die Lage? Sie ist tot. Okay, dann regnet's jetzt gleich wieder Raketen. Nee, wir haben die Kanonen ja alle abgeschossen. Soll's nicht mehr regnen, wenigstens. Na, hallo? Aua. Ja, hat sich gelohnt, dir die halbe Map zu überqueren, damit ich einmal angreifen kann, dass du instant immer drin stehst. Oh Gott, ich bin tot. Meinen Tag? Meinen Tag. Meinen Tag. Woraus schießt du? Ich weiß es nicht. Aus den Hörnern scheinbar, ne? Ja. Aua. Haltrank. So bleib ich im Kappen. Ich geh nochmal ein bisschen weiter weg. Nochmal die Lage beruhigen. Bringt sonst gefühlt nichts. Kann ich gegen drei gleichzeitig kämpfen? Gerade nicht. Weiß nicht, was da oben gesprengt wird. Ich weiß auch nicht, warum er jetzt ist. Das heißt, ich hab auf einmal rote Aggro. Und du bist wieder da, weil ich aus dem Gebiet raus bin? Sehr schön. Einfach 24 Stunden Kampf. Können wir mal der Tag-Nacht-Zyklus sich am Wiederholen. Die leih ich mir aus. Keine Falle, ich soll. Hahaha, ja. Ich bin auf Eis. Diese Maschinen mögen... Äh, Pfeile. Der hat wahrscheinlich noch seine komischen... Teile da unten, ne? Ja. Okay, der ist da unten. Nein, erläutig das machen. Okay, so. Ach, 20 Minuten Kampf. Mit den lustigen Hippos. Keine Nacht, Kraften. Ja, warum hab ich wohl Säure auf die drauf gemacht? Hey, Leute. Munition für dich. Nehme dich. Ja. Munition brauch ich grad nicht. Aber danke. Hab grad andere Probleme. Wie Feuerbälle. Ein Horn weg. Komm. Au. Oh, das andere ist reingelaufen. Das andere Grimhorn. Schon wieder. Ja, das war die Panzerung. Mit dem Feuerball. Nochmal craften. Das war auch teuer, der Kampf. Oh nein, das ist zu nah. So, Status-Effekt. Damit es chillt. Also manche Teile da freue ich mich so sehr, wie die verfehlen. Immer wieder. Okay, ich kann auch nur noch einmal ballern. Einmal Pfeile craften. Okay, ist gegen mich gelaufen. Das hat sehr weh. Ist einfach der Loot und alles schon egal. Ich will einfach nur diesen Kampf jetzt endlich mal fertig haben. Ja, 65 Schaden. Ja, Panzerung ist ab. Horn ist ab. Äh. Weiß nicht, wo du Schaden kriegst. Voll einfach rein. Jetzt wird hier nochmal Atombomben nach mir. Okay. Wird man doch einfach eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt. Alles okay? Bisschen erschöpft. Aber ich kann es ja. Ich hole die Kerne. Aber gern. Meine Güte. Das verstaue ich für später. Der erste schwere Kampf, wirklich. Ich muss erstmal gucken, wo der ganze Loot gelandet ist. Ist das eine Waffe? Da. Wollen wir hier über Kisten und die Munition, die sie mir zwischendurch hingeworfen hat. So, da ist der. Ich hätte die Kanonen nochmal benutzen können. Ja, ja. Ich weiß, Spiel. Goldene Kiste. Ah, da haben wir Geld. Ich weiß nicht, wo mein Loot liegt. Vielleicht der da am Strand. Ah, der hier. Okay. Da habe ich auch noch ein Horn abgeschossen. Andere Horn liegt scheinbar dahinter. Hast du die Kontrollkerne? Ja. Ich habe die Kerne. Alles gut. Kein Backseat Gaming? Warum wird das jetzt gepostet? Keine Ahnung. Zwecks der Gesichtsbemalung steht im Internet, dass man einen Händler in Scalding Sphear mit einem Picknickkorb als Symbol findet. Ah ja, okay, okay, ja. Aber danke, Poppy. Sehr gut, dass du nachgeguckt hast. Ich weiß, welch. Brenner Speer. Brenner Speer. Den Ort haben wir. Okay, dann wissen wir, dass da die Gesichtsbemalung ist. Gut zu wissen. Wo habe ich noch was getötet? Ich war nur noch am Wegrennen ab irgendeiner Sekunde. Wir haben da hinten angefangen, ne? Hier. Ja. Zweimal Zunder. Frostjägerpfeile hat sie mir hingeworfen. Passvorräte. Ah, da hinten im Wald liegt noch irgendwas tot. Was ein Kampf. Einfach alles genutzt vom Platz. Okay, den habe ich noch geblöntet scheinbar. Gib so die Kerne. Ja, machen wir. So, muss reichen. Das wird mir erstmal nicht ausgehen. Ui, 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 ui. Ja, ja. Ich komme doch schon. Kein Stress. Zwei Kontrollkerne, wie bestellt. Danke. Gaia zeigte mir, wie wir sie scannen und alles für den Neustartcode kriegen. Ich gehe zurück zur Basis und fange an. Als ich klein war, hatten wir immer genug zu essen. Die Landgötter versorgten uns und wir feierten sie zu jeder Jahreszeit. Aus diesen Zeiten habe ich schöne Erinnerungen. Glaubst du, wir können sie zurückbringen? Wir schaffen das. Danke, Aloy. Wir schaffen das. So, braucht vermutlich mehr Zeit mit diesen Kernen. In der Zwischenzeit sollte ich was anderes machen. Oh, es ist vorbei. Wir haben es geschafft. Ich wollte ja hoch noch, ne? Alles, was jetzt kommt, kann nur noch einfacher werden. Noch nicht angreifen. Komm ich auf dann, der Kiefer? Also, die fand ich im ersten Teil eigentlich immer recht chill. Ja gut, weil ich sie halt immer einzeln bekämpft habe. Alles, was immer zu mehrt ist, ist anstrengend. Würde ich spontan behaupten. Dann hat der Feuer freigeschaltet. Hallo? Die Aloy einfach immer weiter reintritt, aber es macht nichts. Okay, dann gehen wir nicht so lang. Hat Überlebensinstinkt das Tier. Aber mit einer kleinen Kurve ist okay. Ja, das ist so eine alte Maschine, die hier rumliegt. Meine Brutstätten-Bosskampf wird wahrscheinlich auch wieder mehrere Sachen sein. Ich fange ja immer erst Solo an und dann spawnen nochmal ein paar Viecher dazu. Aber ich glaube, das sollte ich erst besser handeln können, als was auch immer das hier gerade war für eine Quest. Ein Jägerkiller. Ein Wächter für andere Maschinen. Jägerkiller. Ein Wächter für andere Maschinen? Was? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich hier hochklettern muss, aber der Weg geht. Immer noch 300 Meter. Und dann gab es eine Stelle, wo zwei... Ja, Zero Dawn-Schwierigkeitsgrad kann ich nicht sagen. Habe ich das meiste ja mit Jesse auf einfach Slash-Story irgendwie gespielt. Beides irgendwie. Habe einfach die Kanone von einem runtergeschossen und hat beide gewonnen hat mit der Kanone. Cool, dass es endlich eine Kletterfunktion gibt. Hat funktioniert. Hallo, Schmantos-Tor 13. Bin ich im ersten Teil aus der Map geklippt? Wenn es funktioniert... Dann ist es ja wohl gewollt. Denk dran, deinen Spieler in einem Lagerfeuer zu speichern, dass du keinen Fortschritt verlierst. Ich würde aber gerne die Mission von gerade eben schon nochmal neu machen. Guten Abend, Nekiko. Machen gar nicht mehr so lang. Deswegen bin ich doch hier. Jota! 22, okay. Ich muss einen anderen Eingang finden. Grünen Glanz. Ich Glückspilz. Warte, habe ich noch die teure Munition? Ja. Gein, so ein Limmel brauche ich nicht meine teure Munition. Habe ich nicht den Schweif getroffen, oder was ist denn passiert? Ich glaube, ich brauche doch bei allen diesen Limmeln. Okay, es sind mehrere Limmel. Ja, bevor sie mein Pferd wieder töten, habe ich nicht mal. Okay. Ach, gut da. Danke, Gaia. Wäre ich sehr verwirrt gewesen. Mit dem Eingang, der nicht funktioniert. Man, irgendwie hier in einem der Wasserfälle? Wieso unter dem? Gibt so was in dem Spiel? Da ist nur eine Wand. Ja, ich mache jetzt eine zweite Bootstätte. Äh, ne. Das ist auch keine Höhle. Aber ich finde keinen Eingang. Ja, der obersten Wasserfall. Ja, der Questmarker ist halt nicht so weit, ne. Wir waren ja gerade schon an der obersten Grenze vom Questmarker. Kann auch sein, dass man hier einfach reintauchen muss. Hier ist nichts. Wir schauen aber hinter dem obersten Wasserfall. Du bist außerhalb. Ja, danke. Sagt sie, während es im Wasserfall drin steht. Dann geht's auch die Eingang. Ähm. Der Fluss. Ja, der verläuft eigentlich. Gerade kann ich noch viel weiter nach da. Hoch. Okay. Hab's. Auf geht's. Hey Leute, was sagst du hier eigentlich? Dieser Spalt ist riesig. Jetzt schön gleiten. Ihre Worte. Schneichangriff effektiv. Nicht. Ein Rappi. Gibt's noch mehr außer dem Raptor? Ne. Huh. Der zweite Biskam ein bisschen unerwartet. Danke, Box. Danke. Au. Äh, was war noch? Die Düse da im Topp ist, ne? Ah, haben wir aber Protection-Bringer. Au. Ich weiß nicht, warum der Schrei mich nicht getroffen hat. Ich stand da hinten genau drin, aber egal. Eins. Und. Nein. Und. Zwei. Nein. Zwei. Oh cool, ein bisschen zurückgeschreckt, den Jungen. Sehr schön. Die gehen. Alles besser als fünf große Monster gleichzeitig plus Vogel. Einmal die Nuki große. Hello, ich hab noch nicht mal geguckt. Die hier? Die hier bewegt sich so ein bisschen. Ah, ich hab doch hier auch ein Blöding. Irgendwann brauche ich die. Da könnt ihr dich reinhängen. Ja, das wollte ich auch. Danke. Da sollte ich hochklettern können. So. Äh, nach rechts. Das kommt in meinem Vorrat. Das kommt in meinem Vorrat. So ganz zufällig. Oh. Hat da irgendwer so zufällig gelbe Linien angebracht. Äh, das ist ein bisschen... Wann soll ich drücken? Ich halte einfach mal nach links erstmal gedrückt. Ah, perfekt. Gut, einfach gedrückt zu halten. Das hat's alleine gemacht. Ich hab nicht springen gedrückt oder so. Aber war ja richtig. Zu spät, Eloy. Schon geschehen. So. Heilung auffüllen klingt auch gut. Gibt's hier immer noch nicht so viele Daten. Oder schaut sich einfach zusammen mit dem Fokus. Ich hab den Fokus nie benutzt hier drin. Im Rahmenschmelzer haben wir. Rahmenschmelzer. So. Ist mir relativ egal. Ich werd eh nicht alle Locks sammeln oder sowas. Oh, ein lila Frettchen. Das würd ich gerne übernehmen, weil das ist strong. Frettchen chill. Nicht umdrehen. Nicht spontan umdrehen. Alles außer spontan umdrehen. Ich darf die noch nicht überbrücken. Okay. Stiller Schlag. Ich weiß nicht, was da für ein Schnabeltier rumläuft. Was ist das? Das sieht aus wie ein Ameisenbär. Das ist ein Ameisenbär. Oh, wie cool. Stachelschnauz. Oh, von dem brauch ich was. Ich weiß nicht mehr genau was, aber... Das hier brauch ich. Ich muss den Schweif abhacken. Okay. Ausdauerentzugbeutel. Ich hab geschossen? Oh. Ich wollt gerade gucken, welche Pfeile ich nutze. Aber gut. Hä? Wo sind meine Pfeile hin? Ich bin so, yo. Ich hab den halt so hart. Jungen. Okay. Das explodiert. Ich glaub, ich hab das Teil, was ich wollte. Ja, Backseat Gaming. Ist auch nicht... Keine Ahnung. Sieht auch niemand gerne. Yukatari. Also, same. Und in den so kämpfen, kann ich eh nicht in den Chat gucken. Ich hab, glaub ich, nicht das Teil bekommen von dem, was ich brauche. Aber wir haben ihn schon mal gesehen. Das ist ein Langhals. Das ist ein Langhals. Das ist ein Langhals. Muss ich einen Langhals bekämpfen hier drin als Boss? Damit komm ich vielleicht hoch zur Lüftung. Ja, ja, hier Loot und so. Fertig, ja. Obwohl, da gibt's noch einen linken Gang. Okay. In die Eissäure will ich nicht hüpfen. Achso. Das ist so ein... Ja. Jumpen wollen, was er ausfährt. Glaub an dich, Eloy. Schnell, kletter durch die Lüftung. Danke. Gut, stelle die Tür über Brücken. Heilung ist gut. Pfeile können wir nochmal alle craften. Der ist noch gar nicht fertig. Ja. Ja, den kann man wahrscheinlich noch gar nicht bekämpfen, ne? Nö. Heute keine. Unzerstörbar kann nicht zerstört werden. Okay, der Langhals wird also nicht der Boss sein. Ne, mal gespannt, was mich jetzt hier angreift. Ah, da ist der Kopf runtergefallen vom Langhals. Na dann. Was greift mich denn hier an? Ich darf nicht mal sehen, was mein Boss ist. Das kann nicht gut sein. Ah, ein Rollrücker. Okay, du kannst... Irgendwie ist alles, was du hast, irgendwie hinten, ne? Am Rücken oben kann ich Sachen kaputt machen. Und der Schweif. Okay. Ich kann noch. Was habe ich für Pfeile? Warum habe ich Eispfeile? Weil ich wahrscheinlich gerade welche hergestellt habe. Was ist das für eine Schwäche? Säure? Oh, sehr schön. Säure kriegen wir hin. So. Ab nem Schweif. Da oben sehe ich irgendwas gelbes. Okay, ist ein bisschen schwer zu treffen, aber wenn man genug Rüstung weg hat. Es gab irgendwas, was Rüstung so leichter weggesprengt hat im ersten Teil, oder? Was ist das für eine Schwäche? Au. Komisches Auto-Aim bei deinem Angriff, aber danke. Ah, kann man nicht weit draufballern. Kann man den ganzen Motor zerlegen, da oben drauf. Jawoll. Jetzt Pfeile craften. Yo. Das ist halt los. Auf dem Schweif sind noch Teile. Kann ich nach vorne rollen? Ja. Okay. Oh mein Gott, der macht das öfter, wenn er nicht trifft. Können dazwischen die Teile getrunken? Ja. Keine Munition. Aua, aua, aua. Darunter die Teile kann ich schießen. Ja. Schwachstellen, die man von vorne trifft. Kein Segen. Oh, da, die lüftet er da. Komm. Ja. Kampfbiber alleine. Cooler Kampfbiber. Lass meine Schweifen mitnehmen. Die anderen Teile muss ich nochmal besser leeren. Impulswaffe? War das? Okay. Die fand ich immer cool. Einfach so die ganze Rüstung von dem Monster runterballern. Und dann auf die Schwachstellen danach schießen. War das alles an Loot? Ich glaube, ich habe ja nur den Schweif abgetrennt. Ja. Okay. Zeit zum Überbrücken, ne? Können wir mal was für freischalten, ne? Sprungschläger. Grauhabbicht. Lanzenhorn. Langbein. Kreilenschreiter. Oh, kann ich die reiten? Himmelzgleiter. Na guck mal, da sind oben links so Symbole, dass ich, äh, einen Pflanzentyp brauche, für die. Einen Pflanzentypen habe ich. Schnappmaul. Beschädigte Überbrücke und freigeschaltet Rollrücken. Einen Pflanzentyp haben wir ja geholt. Äh, Langbein? Hallo? Jetzt noch so ein Stress hier. Komme! Da wir aber nicht mal mehr normal rausgehen hier. Ich komme? Fragezeichen. Unter dem Kern scheint Platz zu sein. Vielleicht kann ich mich durchquetschen. Wieso geht dieser Gleiter aus, wenn man gegen eine Wand gegenkommt? Kann er nicht einfach anbleiben? Okay. Ja, im Kernwasser will ich nicht schwimmen. Oder doch? Die werde ich bestimmt bald brauchen. Nee. Aber an der unsichtbaren Wand. Ja, wo geht's hier raus? Okay, ich fände einen Weg, wie ich wieder... Ach, hier. Okay. Ich hoffe, das ist ein gerader Gang, der rausführt. Verdammt. Eloi, hüpf. Oh mein Gott, Eloi, zieh dich hoch. Ich drücke einfach nichts. Perfekt. Fast geschafft. Wir hinterfragen es nicht. Wir nehmen es hin, dass es funktioniert hat. Es war sehr gut. Das mache ich kein zweites Mal. Was ist denn, was so ein Frettchen rumläuft? was ist denn, was so ein knife hat? Wollt. Was ist denn diamond attack? Halte Pfeile sowieso. Wahrscheinlich einfach die, äh, lila Roboter, nehm ich an. Etwas, das Jäger killt. Ja. Okay. Warum hab ich gefragt? Ja, und ich scheinbar auch nicht. Wo soll ich... Lass mich doch einfach raus, ich bin doch fertig. Hör mir die lila Kiste hier mit. Und... Lüftungen an. Lüftungen an. Low motion sogar. Der einzige Weg hinüber führt nach oben. Ich bin doch schon fertig. Der Beutel ist voll. Aber im Rucksack ist noch Platz. Heute offizieller Langhalshasser. Jetzt lassen die mich hier alles machen. runter. Runter. Danke. Eloy. Jetzt fehlt der Kopf. Und hier sind nochmal Gegner, die den Kopf bewachen. Und hier hat er gesagt, hinter mir will ich was angreifen. Und sichtbar machen. Und sichtbar machen. Ich bin aber eigentlich immer noch rot, nicht orange. Kann ich dich überbrücken mittlerweile? Nee. Ja, ich dachte mir schon, dass so ein komischer Feuerblitzball jetzt kommt. Kann die Elemente nicht unterscheiden. Talwelle, Explosionen. Ja, ich freue mich auch, euch alle kennenzulernen. Wunderschön hier. Erstmal den Motor auf den Arsch ab. Dann das am Drücken. Dann einmal in die Au. Aua. Der hat einen Stein geworfen, ne? Weißt du, schlimmer als der Boss. Einfach so einen Raum mit fünf Gegnern. Heißt du, wie ich meine Ull doch wieder? Ja. Eins. Zwei. Drei. Mit Ult. Mit 200% extra Schatten reicht es nicht, wenn wir zu One-Hitten. Was ist das, was ist das, was ist das, was ist das. Das ist nicht angefühlt, wie mehr. Meine Ult eigentlich immer noch aktiv ist. Ich muss mal eine andere Ult holen. Die Wunschbarkeit ist richtig kacke. Der komische Bonus-Schaden funktioniert eh nie. Das sieht heute besonders gut aus. Danke, danke. Ich glaube, ich muss vielleicht auch einfach mehr in diesen Stealth-Baum rein skillen, dass die Stealth-Angriffen noch mal stärker sind. Sie sind dafür ausgelegt, hey, ich bin unsichtbar und kann so ein ganzes Lager einfach mit Schleich-Angriffen ausschalten. Aber irgendwie haben die alle so viel HP, dass das nicht funktioniert. So, wir müssen den Kopf da irgendwie oben lockern. Macht das Game Bock? Ja. Ich bin mir Bock, dass ich schon wieder so lange spiele. Oh, oh. Oh, oh, es geht so schnell. Man muss sich drücken. Danke, Herr Loy. Ohne denn jetzt hätte ich es, glaube ich, nicht geschafft. Ach, übsel, äh, Dreieck, nicht erzweig. Los, mein UFO. Flieg zum Roboter. Flieg der einfach, okay. Oh, oh. Ich habe Gesellschaft. Als ob ich jetzt hier so eine Überlebenssequenz auf diesem dummen UFO habe. Yo. Der trifft mich einmal und ich fliege halt 800 Meter nach hinten. Mach am besten den Checkpoint, bevor ich den Kopf gelöst habe, unten. Und belebe alle Gegner wieder. Mach ich's Spiel jetzt einfach raus. Nein, okay. Oh, oh. Ich habe Gesellschaft. Okay. Äh, willst du auch hergucken? Vielleicht kommt ein Stein durch die Wand geflogen und haut mich runter oder sowas. Hallo, Leute. Hihi, wie er eingeballt ist. Oh mein Gott, so eine Killerkrabbe. Ich kann hören, wie der Kopf repariert wird. Wann bekommen wir mal Sprengpfeile? Keine Ahnung. Irgendein Händler wird den verkaufen wahrscheinlich. Sprengpfeilen. Kopf sitzt. Der ist wieder ganz. Ach, das ist echt ein Langhals, der mir ja auch die Map vielleicht aufdeckt. Ah, cool. Also denke ich gleichzeitig die Map auch auf. Doppelaufgabe. Dann ist es wieder belohnenswert, hier den Langhals noch fertig zu machen. So, raus hier mit uns. Ich werde dir Laura schnell erklären. Bro, the fuck bist du? In der Brutstätte und wir haben einen Langhals gebaut. Wir decken uns jetzt die Map ein bisschen auf und hoffentlich reicht die Druckwelle, damit er nach oben gefahren wird. Jetzt geht die Brücke nicht auf und ich werde zermatscht. Ah doch. Ach, 10.000 Erfahrungen. Halbes Level. Bei Erfahrungspunkte. Es tut gut, wieder frische Luft zu atmen. Und die Aussicht ist dann nicht übel. Erstmal abseilen. Ui. Viel Spaß, Langhals. Lebe ein schönes Leben. Jetzt trete aber ins nächstbeste Dorf und zertrampelst. Nice. Langhals und Brutstätte abgeschlossen. Und ich kann die Raptoren übernehmen. Dann brauche ich aber gleich gerade kurz mal ein Lagerfeuer. Also ein Raptor kurz mal reiten am Ende klingt schon cool. Dieser hat nun kein Schloss. Es hatte keiner ein Schloss außer dem einen bisher. Ich habe doch schon drei Langhälse gemacht. Den da drüben haben wir gemacht. Den da links haben wir gemacht und den hier oben haben wir gemacht. Aber der hat ein Schloss, weil ich den noch nicht machen kann. Ganz schimpel. Da, hier sind Raptoren. Die Langhälse im ersten Teil auch nicht langweilig. Die sind mir hier schon fast zu stressig. Aber man muss ja nur fünf Stück oder so machen. Also, ja. Dafür sind sie eigentlich echt gut. Seid ihr überhaupt aufgedeckt von der Karte? Ah ja, die obere Hälfte. Da unten ist der andere, der die untere Hälfte aufdeckt. Sehr nice. Ja, aber wenn ich den habe, dann habe ich alle Langhälse, oder? Ja. Ah ne, da drüben noch dann. Ja. Zwei Langhälse gibt es also noch. Drei. Äh, macht der so das Stück hier und der dann das untere Stück hier, oder so. Wo sind meine Rappies? Ich bin jetzt verarscht. Es sind keine da. Ich gehe für die Raptoren zu, der Raptor-Brut-Städte spiel. Ah, jetzt sind welche da. Hallo, Spoiler-Aloy. Das ist doch cool. Ich und mein Kettensägen-Raptor. Kriege ich eine Steuerungsanleitung eigentlich für die, oder? Nö. Angreifen kann er auf jeden Fall. Erstmal ins Dorf da mitrennen. Düm, 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 düm. Hahaha. Aber ist halt nicht so schnell. Kann ich dich auch immer wieder rufen? Ja, scheinbar. Cool. Darfst leider nicht mit rein. Sorry. Sorry. Äh, ich würde gerne nochmal kurz zu Gaia gehen und gucken, welche ich reparieren kann. Oder sehe ich hier im Inventar, welche ich zähmen kann? Ich kann mir das ja nicht alles merken. Entsperrt steht daneben. Okay. Kann ich irgendwie durchschalten? Nein. Irgendwelche Flugviecher können wir. Schreckflügel? Gesperrt. Kappa. Sonnenflügel? Gesperrt. Gimini. Kappa. Okay. Das sind verschiedene. Nö. Himmelsschlussleiter. Iota. Teilweise freigeschaltet. Okay. Die Chicken Wings kann ich. Schnellreise. Nach. Hier. Die Basis. Wie viele Varianten es einfach gibt? Ja. Wow. Ist ja den Moobot gegen das Emoji. Wird einfach direkt gelöscht. Die Base. Ja gut. Ist ja gar nicht so weit von der Base zum Teleportieren. Äh. Kreaturenforschung ist. Äh. Nein. Äh. Nein. Äh. Ja. Himmelsgleiter Klingenschweif. Bräuchte ich noch einen. Was kann die? Eine Gleitnahme. Stell die Überbrücke her und schalte damit die Fähigkeit frei, diese Maschine in der Wildnis zu überbrücken. Steht irgendwie was von Reiten bei manchen dabei oder sowas? Ne. Aufgabe erstellen. Na guck mal. Das kann ich als Quest machen. Dann fangen wir damit morgen an. Dann holen wir uns das morgen. Damit wir die reiten können. So Leute. Dann. Wieder 22.07. Meine Fresse. Äh. Hallo. 1326 Subs sind wir jetzt. Vielen, vielen Dank. An alle. Äh. Dann, dann, dann lade ich mir wieder die Subliste runter und dann gehen wir die wieder durch. Würde ich sagen. Und diesmal mit richtiger Zeit. Ich hab schon mal beim letzten Mal eine falsche Zeit im Blick angeguckt. Äh. Wieso? Falls jemand übrigens eine bessere Lösung weiß, wie ich die gucken kann, nehm ich auch sehr gerne. Könnte mich gerne auf Twitter anschreiben oder so. Aber, ja. Ich leite jetzt erstmal wieder auf Twitch die Liste runter. Und natürlich hier Chillmusik. Und. An. Danke Sajo Tendu für deinen Crime Sub. Vielleicht gibt's sehr viel Danke wieder. Ah, es war sehr schön heute. War sehr gut. Morgen machen wir die, holen wir die anderen beiden Kerne auf jeden Fall. Ja. Und ich schalte jetzt gleich noch auf YouTube die, 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 ja. Die anderen Streamaufzeichnungen. Den Rest frei von heute. Von gestern. Meine ich. Statistik. Kanal Analyse. Runter, ne. Abonnenten anklicken. Runterscrollen. Details anzeigen. Meine Abonnentenliste herunterladen. Desktop. Dann die Webseite wieder raussuchen. Genau. Edge öffnen, dass ihr mitgucken könnt. Und das haben wir gestern hier gemacht. Schauen wir mal. Ja. Sieht gut aus. Datei auswählen. Desktop. Warum muss ich das Datei öffnen überhaupt so? Egal. Öffnen. Warum, warum, warum sieht ihr ein Standbild? Ah, jetzt. Sortieren nach Subscriber-Zeit. Und runterscrollen bis... Ist es noch derselbe Tag? Irgendwas ergibt keinen Sinn. 15, 11, 1. Ich glaube, es hat nicht sortiert. Nochmal. Doch, der hat gerade das Gesamt. Genau. Jetzt stimmt's. Jetzt runterscrollen. Ist einfach... Hier. Schauen wir einfach hier an. 200. Kriegen wir hin. Das ist Stream-Elements. Ich hab die Webseite. Ich kenn die. Vielen Dank an Hunter Andy. Connie. Hans W. L. Master. Kaguio. Monster T2. Go on Picard. Satras Klembacher. Lord Kenshin. Mini Quoshi. Go Katie. Sina Foch. Martin. Musiker Tom. Musiker Atom. Bei Baum Lee. Nein, bei Baum Lee. Zero Darkness. Putty. Zora. Jamie James. Sushi Mampferin. Cooler Name. Professor Dr. Pain. Gede Zarathos. Mein Foxy. Makua TV. Yunus. Enem Peekl. Gamer XD. River Flow. Flux Flow. Xenadia. Batool. Sersquill. Shesui. Zava. Let's Fishplay. DGQ. DK. Anime Raupe. Sonne. Karal. Zepil. Zeprit. Moss 4LP. Authentics. Der Informant. Berg Troll Zombie. Auch beide sehr gute Namen. Life Pepper. Varion. Einfach anders gesagt. Danke Varion. Crazy Johnny. Ben oder sowas. Flu. Nick Bunt. Gannendorf. Lixisor. Teebeutel. Lord Johannes. Minleben. Kureiko. Bronx Diaboli. Künstlersäle. Josh X53. Kaiser Yolo. It's Bar. It's Bar. Ja. Mark Oliver 2000. Silberkugel YouTube. Enxe. Alpha HD. Alpha XHD. Der hat sogar gefragt, ob ich seinen Namen heute richtig vorlese beim letzten Mal. Paul Warp. Der Chat. Was macht's noch mit da? Ich lese die Saps von heute vor. XTF 2 1 0 3 0 6. Mhm. Zulutim. White Tiger Sinon. C.A. Rutsch. Also danke an alle. Danke auch an. I am Dentor. I am Dentor. Pionier. Evil Knitter. Chile. Future Links. Toby Vicky. King of... King of Sky. Mausi. Lord Cox. Crowbrain. Just... Just... Justle One... Justle On The End. Mhm. Haunted Dreams. Der hat sehr viele Saps heute verschenkt. Danke. Mr. Luigi. Lucas Hoch. Zekrom. Bispy. McShorty. Der Kero. Franky Danky. Fabi Player. LOL Player. Some T-Person. Steve... 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 Wiki. Lord Steven. Chimo... Dukikari. Big Grille. Destil. Ion Noxi. Ich fühle mich, als würde ich eine fremde Sprache hier sprechen. Danke auch an Johnny. 22. Dummes Leo. Sir Ian. Tribun. 19. Yanki Bar 2000. Gamma Strahlenspiel. Sehr schöner Schlame. Draco Senpai. Astia Kuzeng. Dippchen. It's Flair. Yellow Yoshi. Unremarkable. Egyps. Jenny. Emcox. Miss Missantropia. I'm Shiro Zaym. The Nameless Onion. The Dr. Crazy 01. Smat the Brain. Auch cool. Adfai. Danke auch an Adfai. Tim Sun. Skarabian. Twitch Flex. Felixer. Blue Original. Evo Limbo. Sleepy Head. K-Pop Anti. K-Pop Anti. Tom Bertus. Daimyo. Zombie Vex. Dienstagsfisch. Cool. Zend Ezio. Loima. Cookie Cookie. Ein Obstsalat. Auster Grunzen. Auster Grunzen. Danke auch an Skaras. Rishan. 2 X Cimet. Lur einfach Lur. Grun Linkerti. Ghosting HD. Over Easy. T8 Scenarios. Blau Val. 92 Stück. Und auch meine Güte. Warum sammen so viele? Antoni Kokos. 97. Kapin. Nuss. Grüne Kartoffel. Things. Einfach Grey. Manoa. Raxanio. Seiband. Swiss Tobi. Tot-Tot-Totobi. Legende Kevin. Darkwood 75. Shetch. Blackfire. Reven HD. Lel-O-Lel. Horst. Bene HD. Antique. Lili-Sul. Swiss Aimbot. Gamer-Bärchen. Schoko-Brot. Derf. Lord Reepchen. Lord Reepchep. Simon XVB. Daily Nym. Eierschnecke. Berengard. Helmchen 97. Jebster. Olum. Jack the Ripper. Shrewby. Couch Potato Life. Sarah. Saraphas. Saskila L. McPass. Cyrenia. Lia Lebkuchen. Glucantropho. Glucantroph 0. Ottoman 92. Votelle. Nut Games. Legend Dragon TV. Na, wie steht's bei euch so? 50 Stück noch. Wir kommen klar. Ich kann nicht Danke für den Stream lesen, während ich sie vorlese, aber gerne. Haselmaus. Spürer. Rasputin. Zytiango. Vampire 19. Adprocore. Trashville. Kira Zero. Jero. Jeroises. Polar. Poluard. Kapuzenbandit. Unicore. Cornis. The Brain of Cartel. Pixel Gamer. Joker. Dark Clan. Edge. Agi. Tio. Dalk. Bebi. Kevin At. AT. Lanistan. Arrayis. King Jason. Boarch. Gagatross. Oberon. Marshmallow. Yumiko. Dragon Go Knife. Den Yu. Peanut Breaker. Christian oder so. Dead Master. Robotnik. Robotnik. Yo, mein Mord hat geserbt. Mark Oliver. ADC Main Uga Booga. Das ist ein League of Legends Spieler. Black Shackal 91. Zombie Ant. Count. Windu. Many Feet Bro. Zombie Girl. Rabendiener. Jack Jack. Ins. Tortoise. Ins Tortoris. Rimagon. Der echte Rimagon. Ich habe letztens dein Twitter-Profil nochmal angeguckt, weil ich deine ganze Zeichnung nicht so cool finde. Und ich vermisse. Egal. Wenn du der echte bist, schöne Grüße. Vielen Dank für den Sub. XD Floppy. Leichenshow. Äh, also danke auch an. XD Floppy. Leichenshow. Dead Time. ADV. Anana. Ananasaki. Sarge. Tendo. Und Username. Das ist kein... Keine Person. Kommt danach noch Gameplay? Ne, ich bin jetzt weg. Vielen, vielen Dank für den Stream. Vielen, vielen Dank an alle, die zugesehen haben. Vielen, vielen Dank an die Personen, die gerade noch beim Vorlesen gesamt haben. Ich glaube, das war XD Floppy. Chrisa. Nonrig. Und... Ja, genau. Die drei. Vielen Dank. Und ich rate jetzt rüber zu Holly. Weil er gestern sich beschwert hat, dass ich ihn nicht rate. Das ist der... Ah, ich dachte wegen dem Profilbild, das ist jemand anderes. Aber es ist echt Holly. Okay. Dann könnt ihr da jetzt noch ein bisschen Horizon Zero Dawn schauen. Benehmt euch. Kein Backseat Gaming. Verratet nichts. Lasst den Mann Spaß haben. Oder schreibt irgendwas und erbannt euch. Das kann auch passieren. Aber macht das nicht. Nervt ihn nicht. Bitte. Also wirklich. Komplett. Honest. Nervt ihn einfach nicht. Seid einfach cool. Danke. Not funny. Bis dann. Vielen Dank an alle. Sehr cool. Morgen geht's um spätestens 14 Uhr weiter. Ja. Die Info ist vielleicht noch wichtig. Bis dann. already. Ja. 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 Ich Magel. Bis zum nächsten Mal.